Was machen wir heute, Nessi? Wir reden über... Hexen! Genau, wir reden über Hexen. Ich habe, glaube ich, in der Ankündigung stand, aventurische Hexen. Wir reden größtenteils über aventurische Hexen. Wir reden auch wahrscheinlich auch kurz über nicht-aventurische Hexen. Aber ja, das soll so grob der Fokus sein. Wir haben uns auch nicht irgendwie überlegt, keine Ahnung, nur über bestimmte Aspekte von Hexen zu reden, sondern einfach so einen völligen stumpfen Rundumschlag zu machen. Denn wir haben festgestellt, wir lieben beide Hexen. Wir lieben Hexen! Ja, also das hier, falls ihr keine Hexen mögt, das ist nicht der Stream für euch, befürchte ich. Genau. Aber falls ihr aufgeschlossen seid und Hexen mögen wollt, dann könnte es ein Stream für euch sein. Und für alle Leute, die Hexen lieben, ist es hoffentlich auch einer. Denn ja, also wir sind dem sehr zugetan. Ich würde sagen, wir haben relativ viel auch Hexen gespielt. Selbst vielleicht, mir konntet ihr, wenn ihr da Bock drauf gehabt habt oder noch habt, da auch bei zugucken. Ich spiele oder habe gespielt eine Hexe in der Borbarat-Kampagne und spiele sie jetzt weiter in Blutige See. Die Schuvenei, viele Leute sagen, meine Paraderolle. Ja, ein bisschen schon. Eine aranische Hexe. Warte mal, Moment. Prinzessin Al-Kesha-Karesch, Al-Zorgan, Tochter von Maharani Sibia Al-Nabab, Mondsilber-Sultaner, Herrscherin Zorgans. Ja, also ich habe natürlich ein bisschen übertrieben. Sie ist nicht nur eine Hexe, sie ist eine Hexenprinzessin. Das ist sowas wie eine Kriegerprinzessin, nur noch geiler. Weil sie einen fliegenden Teppich hat und einen dicken, missgelaunten Kater und einfach keine Manieren. Ja, das kann man sich noch angucken. Borbarat-Kampagne auf YouTube. Ja, das Internet vergisst nie, wenn man so völlige verbal Injurien von mir hören will. Die schimpft nämlich sehr viel. Dann seid ihr da richtig aufgehoben. Sehr hexisch. Genau. Aber auch davor habe ich das schon gemacht. Eine meiner Charaktere, die ich relativ früh in meiner Rollenspielkarriere gespielt habe, war eine Hexe, weil ich damals nicht so ganz wusste, was man da machen kann und was nicht. War das eine novadische Hexe? Das war schon so ein bisschen so ein... Ja, stimmt, da hattest du von erzählt. Genau. Das war so ein bisschen ein Balanceakt. Als ich dann mehr erfahren habe über so diesen ganzen pseudo-religiöse Sumo-Verehrungen und da habe ich gedacht, wie kriege ich das denn jetzt mit dem Rastula-Glauben überein? Aber es ging alles. Also, es hat ja auch keiner einem gesagt, sowas geht nicht. Und ja, die habe ich sehr, sehr lange gespielt, glaube ich, tatsächlich sogar bis in so Stufen, wo man normalerweise nie hinkommt. Ich glaube, die Gruppe war so Stufe 17 am Ende oder so. Das war DSA 3. Das ist schon ziemlich hochstufe, ja. Wir haben sehr, sehr viel mit denen gespielt, ja eigentlich so, keine Ahnung. Wir waren auch in der Schule. Wenn man Sommerferien hatte, dann ging da einiges so in sechs Wochen. Gut, dass du in der Schule warst. Ja, also in den Sommerferien natürlich nicht, aber... Dark-Rinning-Cat. Ich liebe aventurische Hexen so sehr, dass ich mir eine Bornländische für Slap gebaut habe. So ein Zufall. Ich auch. Ja, genau. Da hast du mir was voraus. Du hast ja auch sehr viele Hexen gelabt. Nessi hat mir auch ganz fantastische Fotos geschickt, die wir uns dann gleich zusammen angucken werden. Ja. Ja, sowas habe ich halt nicht. Ich habe immer nur, ich habe nur Bilder von mir, von Shulinae und da beginnt das Kostüm so ab hier, weil ich sie ja nur im Stream spiele. Und das heißt, ich habe dann keine Ahnung, manchmal keine Hosen an oder irgendwelche ganz unmöglichen Jeans. Aber du hast von Shulinae ein wunderschönes Charakterporträt gemalt bekommen. Richtig. Das ist richtig. Das ist auch im, ich glaube, es ist auch im Intro drin. Und sie sieht ja ein bisschen ähnlich. Das ist ziemlich cool. Ja, von Kayad. Kayad hat unsere sieben Gezeichneten gemalt. Ah, wie cool. Das ist sehr, sehr schön geworden. Und Shulinae ist auch auf dem Wimmelbelt, das die Doodle-Jülle für uns gemacht hat. Ja. Ja. Da ist sie auch sehr schön getroffen. Und da ist auch Yusuf Fried drauf, natürlich, der sowieso das Wichtigste ist. Also ihr vertrauten Kater. Manche sagen, sie sei seine Vertraute, seine menschliche Vertraute. Und Yusuf Fried sei die wahre Macht. Und naja. Ich kann das weder bestätigen. Ist das bei Katzen nicht immer so? Ich kann das weder bestätigen, noch kann ich das leugnen. Aber ich habe übrigens hier auch so eine Situation. Falls ihr irgendwann im Laufe des Streams komische Dinge hört, aus dem Hintergrund oder so. Ich lebe ja hier nicht alleine. Und das könnte meine Mitbewohnerperson sein. Ich habe nämlich die Tür offen. Und ich muss die Tür aufhaben, aus folgendem Grund. Vielleicht kann ich das gerade mal zeigen. Und zwar, das ist gerade die Situation hier. Ich werde angeguckt von rechts unten. Aus großem Augen meiner Hexenkatze. Das ist Motschi. Ja. Ja, ja, ja. Ja, und Motschi starb mich die ganze Zeit an von hier rechts unten. Aber das heißt, sie ist in meinem Büro. Und das bedeutet, ich kann die Tür nicht zumachen. Um eventuelle Geräusche von draußen abzumildern. Das heißt, falls es zu laut wird, sag Bescheid. Dann muss ich die Katze entfernen und die Tür zumachen. Aber wir hoffen einfach, dass es so weit nicht kommen wird. Kai schreibt, Katzen und Spülmaschinen ausmacht man. Content ist toll. Sehr gut. Ja. Ich denke, Mitbewohnerpersonen-Content ist auch voll okay. Oh wow. Jill Tür schreibt, meine erste Hexe war eine Desaphir-Desaster. Sie war Sahuri und hat deshalb Rachsucht 14. Ohne extra Erhöhung. Ja, sowas kann passieren. Nur durch Rassenprofessionensnachteile. Ja, das war dann für mich doch zu herausfordernd darzustellen. Der zweite Versuch war dann in Nostrierin und das hat sehr gut funktioniert. Ja, sowas kann passieren. Und ich kann das auch nicht empfehlen. Also so Rachsucht 14. Hi Train. Tut tut. Ja, so. Jetzt mal Katze wieder aus. Ja, das kann passieren. Das ist nicht gut. Also Rachsucht 14, das ist dann so das Level wie Er hat den letzten Keks gegessen. Den letzten Keks? Ja, ja, ja. Ich schweige den letzten Keks. Und dann planst du so das Ende deines Kameraden oder so. Genau. Und dann irgendwann so drei Abende später verfault ihm irgendwie so ein Fuß und du sagst, tja, hättest du vor fünf Wochen mal nicht den letzten Keks gegessen. Ja, genau. Also, das ist wahrscheinlich schon ziemlich hart. Ja, aber Hexen. Ich würde sagen, vielleicht steigen wir doch einfach mal für alle, die noch nie davon gehört haben. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Aber Hexe ist eine Profession oder ja, eine Charakterklasse für unter anderem, aber speziell reden wir heute darüber, für das Schwarze Auge. Gibt es seit der DSA 2, wenn ich nicht völlig falsch liege, und zwar wurde damals die Hexe als spielbarer Charakter im Abenteuer Hexennacht, Hexennacht, dieses wunderschöne Abenteuer, wurde sie vorgestellt und eingeführt. Und dieses Abenteuer ist deswegen auch sehr speziell. Ich versuche so wenig wie möglich zu spoilern, aber ich gehe nicht davon aus, dass so wahnsinnig viele Leute das noch spielen. Ist deswegen sehr speziell, weil da auch sehr viele berühmte Hexen vorkommen. Also unter anderem, also man wird eingeladen, die Heldinnen werden als Musikanten angeworben und letztendlich landen sie dann dabei auf einem Hexenfest und da stellt man fest, die Oberhexe ist entführt worden. Die Oberhexe dieses Zirkels ist sehr berühmt, das ist Lutzelin, die man übrigens auch aus der Bauernartkampagne später vielleicht noch kennt. Und ja, die ist entführt worden und es gibt eine böse Hexe. Natürlich, es muss immer eine böse Hexe liegen und die hat sie entführt. Und diese böse Hexe heißt Achatz, was auch sehr lustig ist. Echt? Dazu kommen wir später. Genau. Diese böse Hexe heißt Achatz und wohnt in einem Haus, das auf zwei Beinen läuft und Hütte Hühnerbein heißt. Also es ist noch sehr sehr früh DSA-ich und sehr früh DSA-ich, glaube ich, kann man sagen. Aber da konnte man dann das erste Mal Hexe spielen und ich habe das halt mit DSA-3-Regeln damals dann schon gemacht. Aber wir gucken jetzt mal, ob hier in meinem aventurischen Lexikon, das ist ja so quasi die Bibel dieses Formats, haben wir beschlossen, irgendwas mit Hexen drin steht. Wenn ich es schaffe, den Buchstaben H zu finden, das sind so die kleinen Herausforderungen im Leben. Das hast du gleich. Hippogriff, wir nähern uns. Hela Horas. Oh, wir sind zu weit. Holla. Hier, aha. Also es gibt ein paar Einträge insgesamt, die uns interessieren könnten. Es gibt einmal Hexe, Hexer. Dann gibt es Hexenfeste, Hexenkatz. Ohne E. Hexenverfolgungen. Und dann geht es weiter mit Hilberian Brajofold, dem Dritten. Egal. Kleiner Scherz. Also, Hexe, Hexer. Hier steht, aventurisch zauberkundig. Die Töchter Satuarias, wie sie sich selbst nennen, gewinnen ihre Kraft aus der Natur, doch nicht aus deren Grundlage den Elementen, sondern aus der Magie, die die lebenden Geschöpfe durchzieht. Anders auch als etwa die Duinen sehen sie keinen Gegensatz zwischen den denkenden Wesen und den Kräften der Natur, sondern leben ganz im Einklang mit, und als Teil der Natur, basierend auf der Überzeugung, dass jeder Mensch eine leidenschaftliche, animalische Seite besitzt, die zu verleugnen nur Kummer und Elend bringt. Okay. Anders als etwa die Magier betrachten die meisten Hexen ihrer Magie keineswegs als wesentlichen oder entscheidenden Teil ihrer Persönlichkeit. Die Fähigkeit, zauber zu wirken, stellt ein Merkmal neben anderen dar, deren wichtigste einfach die ist, jeden Moment der Existenz voll auszukosten und mit ganzem Herzen zu erfahren. So wird die Zauberkunst der Hexen nicht nur intuitive oder auch weibliche, sondern auch animalische Magie benannt, denn diese besitzen ein sehr hohes, intuitives Verständnis der Magie und formen ihre Zauber ganz spontan aus der Situation heraus, ganz so, wie es auch hochmagische Naturgeschöpfe wie Drachen, Wehen und Einhörner tun. Als besonderes Verbindungsglied zur Kraft der lebendigen Natur besitzen fast alle Hexen einen Vertrauten, ein kleines Tier als Gefährte und zugleich Sinnbild derjenigen tierischen Eigenschaften, mit denen sich die Hexe besonders identifiziert. So viele Tiere es gibt, so viele Arten von Hexen gibt es auch. Von boshaften Schädigerinnen, von Vieh und Feldern erzählen die aventurischen Legenden ebenso, wie von bildschönen Verführerinnen oder auch von gütigen alten Kräutermütterchen. Manche Hexen leben allein, andere in kleinen Hexengemeinschaften, aber auch sehr viele in der herkömmlichen Gesellschaft, falls sie einen Platz für ihre Ungezügeltheit finden. So gibt es auch Hexen, die als gefeierte Künstlerinnen oder auch Kortisanen leben. Alle Hexen einer Region aber treffen sich zu den großen halbjährlichen Hexenfesten, auf denen leidenschaftlich gefeiert und rauschhaft getanzt wird und wo man auch die legendäre Flugsalbe braut, die den Biesen, Stäben und Türen für ein halbes Jahr die Gabe des Fliegens verleiht. Die Gemeinschaft der Hexen ist zum einen in zwölf, angeblich 13 Zirkel gegliedert, die teilweise nur regionale Festgesellschaften darstellen, aber auch einflussreiche Gemeinschaften sein können. Von noch größerer Bedeutung sind daneben die Schwesternschaften, die Hexen ähnlicher Weltanschauung vereinen und jeweils ein charakteristisches Symbol oder Seelentier haben, das oft auch den Mitschwestern als Vertrauter verbunden ist. Das ist der Eintrag zu Hexel und Hexer. Nice. Das ist schon also sehr detailliert. Das ist schon nicht wenig und das ist schon auch, würde ich sagen, sehr informativ. Also wenn man den sich reingefahren hat, hat man glaube ich eine sehr auch sehr differenzierte Vorstellung davon, was könnte so eine Hexe denn im Spiel sein und wie könnte man die zum Beispiel darstellen, was was macht da oder das macht Lust, würde ich fast sagen. Ich finde es zum Beispiel halt auch interessant, dass zum einen betont wird, ja, halt eine sehr intuitive Form von Magie, aber halt auch so dieses, ja, dieses umgezügelte, dieses ursprüngliche und super interessant finde ich auch, dass da gesagt wird, naja, die zaubern ja eigentlich eher wie Freizauberer, wie Einhörner zum Beispiel oder Feen. Was natürlich leider sich mit dem Regelsystem total clasht, denn wir haben ja ein Spruchregelsystem. Ja, das ist richtig, das macht es so ein bisschen schwierig, da überhaupt, also ich fand es halt auch ganz am Anfang so ein bisschen schwierig, das herauszukitzeln, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Spruchzauberei und Hexenmagie, weil ich finde auch, dass es so im Regelwert nicht so richtig rüberkam, also durch die Texte schon ein bisschen, aber wie zaubert eine Hexe eigentlich? Wie stelle ich das dar, auch am Spieltisch, ne? Ja, ist das richtig, also es wird zwar immer schon, es wurde zum Beispiel schon, oder eine Sache, die relativ früher auch gesagt wird, ist so, dass Hexen sich quasi so in Stimmung bringen können, ja, und quasi, dass sie besser zaubern, je mehr sie das fühlen, was sie gerade machen wollen und natürlich, keine Ahnung, wenn ich jetzt jemanden heilen will, fühle ich mit dem vielleicht Mitleid, ja, oder ich hab Angst um den und ich denke, das kann dann ein starker Katalysator für den Zauber sein, aber halt bei so Sachen, die man im Kampf benutzt und viel, also zumindest früher waren halt Kampfbegegnungen oder auch so, wenn man nicht so rein auf Ambiente spielte, naja, was gibt's dann? Akro, ja, also, deswegen ist, hab ich aus Schreiner mehr oder minder halt so eine völlige Akrohexe gemacht, die auch andere emotionale Facetten hat, also so ist nicht, ja, sie ist kein Rambo-Pendant oder so, aber, ja, halt so diese gefühlsbetonte Zauberei, das hat mich angesprochen, ich fand das irgendwie netter als, weiß ich nicht, MagierInnen, die Zauberei als Wissenschaft verstehen und alles immer analysieren müssen, ist nicht so, dass ich explizit keine Magier mag, also, naja, okay, es ist schon so, dass ich eigentlich keine Magier mag, ist es nicht so, dass ich sie hasse oder sowas, aber es ist einfach persönlich nicht so meins, Harschbere Detox fragt, wenn es so viele Hexen wie Tiere gibt, heißt es dann, es gibt auch Adlerhexen, Bärenhexen und so weiter, theoretisch, zumindest laut dem aventurischen Lexikon, wobei da auch stand, vertrauten Tiere sind kleine Tiere, also es müsste dann ein sehr kleiner Bär sein, aber, also ich weiß, du könntest, ja, sag du, ich weiß, wir haben da Leuten keine Steine in den Weg gelegt, also wenn jetzt jemand nicht unbedingt eine Elefantenhexe spielen wollte, ging das, ja. Ich habe auch schon davon gehört, dass Leute zum Beispiel den Versperr als vertrauten Tier hatten oder ein Marder oder diverse andere Dinge, ja, kleiner Panda ginge rein theoretisch auch, wenn es die gibt, Lachshexe, von Fischhexen habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gehört, ein Fisch als vertrauten Tier ist interessant, das würde gehen, geht alles. Aber es müsste, müsste eigentlich auch gehen, wenn die Hexe wirklich so am Fluss liegt, also ich könnte mir gut vorstellen, irgendwie im Süden oder am Fluss oder so, dann Lachs, ja, warum nicht? Ja, das ist der echtes Lachs in diesem ganzen Gewässer, ja, aber, also keine Ahnung, wir hatten, wir hatten zum Beispiel schon Hund, das war ja eigentlich eher so ein Gioden-Ding, wir hatten Hund als vertrauten Tier, wir hatten Halch, Falten, ja, also da geht was und wie gesagt, ich hätte auch kein Problem mit einem Zwergelefanten, wenn mir jemand begründet, warum das, warum das das Tier ist, zu dem sich, zu dem sich die Hexenperson hingezogen fühlt, aber, ja, ich weiß nicht, also es hat mich damals enorm angesprochen, ich war ein, ich war ein pubertierende, eine pubertierende Teenager-Person und ich habe mich von dieser Idee ja, einer intuitiven und emotionalen Magie sehr angesprochen gefühlt und hab dann gedacht, ja, Hexe. Hexe statt Magier und die hatte natürlich auch mit dem Magier in unserer Runde immer Beef, weil der wusste natürlich mal alles besser und die Hexe sagt dann immer, ach, mach's mal los. Meine Hexe hat den Magier in unserer Gruppe immer verführt und angezapft Oh, ja, ja, darüber können wir auch reden, über solche moralisch höchst fragwürdigen Aktionen. Ich hab hier noch das, die Magie des Schwarzen Auges, das war quasi so das Buch, mit dem ich dann quasi auch sehr schön hier, was ist nicht drauf? Eine Hexe, ja, ähm, haben wir eine Magierin, eine Elfe, eine Person, die ich nicht zuordnen kann, wahrscheinlich soll es ein Droide sein und ein Schelm. Ähm, ja, auch hier sind sehr schöne Bilder von Hexen drin, ja, die Hexe. Ja, süß, genau. Ja, so, das alte Mütterchen gibt es, ja, und dann das heiße Gerät daneben. Ja, genau, die scharfe Schnalle, das heiße Gerät. Genau, das heiße Gerät und hier steht lustigerweise nämlich auch drin, das ist schön, wabwabwabw, Hexen sind Zauberkunde, die sich auf die unbewusste, instinktive, sinnliche Seite der Magie, sie nennen sie die weibliche, spezialisiert haben. Dementsprechend sind neun von zehn Hexen Frauen. Die sehr selten vorkommenden männlichen Hexen werden Hexer genannt, nicht Hexenmeister, denn das würde ja implizieren, dass sie Macht über andere Hexen hätten. Ähm, ja, das ist, das ist auch etwas, was mich sehr angesprochen hat. Ja, mich auch. Als, oh, das gibt es nur für Frauen und ich würde auch behaupten, dass das eine der Charakterklassen ist, in der die meisten Leute Crossgender gespielt haben, also ein Geschlecht, das nicht dem ihren entspricht, ähm, außer der Amazone vielleicht, die kann man ja auch nur in weiblich spielen und da gibt es wirklich gar keine Chance, dass es, ähm, eine, eine männliche Amazon, wobei, ne, ne, jemand, der sich als Mann, bei Amazon nicht, ne, jemand, der sich als Mann identifiziert, wird auf jeden Fall keine Amazone. Ja, es gibt Möglichkeiten, ähm, aber, ja, nein. Und bei den Hexen gab es so eine Tabelle und das war so gut wie unmöglich, ich weiß gar nicht, ist die hier drinnen? Ja, oder, ist sie hier? Ja, ist sie hier drinnen, genau, die Hexe bei Spielbeginn und da konnte man dann auswürfen, das Geschlecht, ja, es gab tatsächlich nur männlich und weiblich, uh, aber, äh, ja, bei 1 und 2 auf dem W20 war man männlich und bei 3 bis 20 war man eine weibliche Hexe. Ja. Und, ähm, ich kenne viele Leute, die da religiös drauf gewürfelt haben und halt dann auch männliche Personen, die gesagt haben, oh, Hexer, wäre geil und die dann aber unter Aufsicht der Spielleitung würfeln mussten und wenn sie keine 1 oder 2 gespielt haben, durften sie dann eine Hexe spielen. Spülmaschinen Ausmachmann hat auf dem Lab Crossgender gespielt. Der hat sich den Bart abrasiert und hat eine alte Hexe gespielt, Mal Gorsata. Krass, mit so einer etwas tieferen, rauchigen Stimme. Mit einer etwas tiefer, rauchigen Stimme. Ich habe ihm die Haare grau gefärbt, ich habe ihm so was furchtbar Schreckliches genäht, was aber sehr gut aussah mit Schürze. Wir haben ihn so ein bisschen so Titten modelliert, so Hängetitten und dann habe ich ihm so eine dicke Warze gemacht und so ein bisschen so alt geschminkt. Geil. Ein so flexibler Mann. Da gibt es auch Fotos von, aber die sind verschlossen und werden nie wieder herausgeholt. Ich kann es verstehen, aber wir malen es uns jetzt einfach von unserem geistigen Auge aus. Das ist schlimmer als das, was die Realität jemals machen könnte. Magalutengregor fragt, was sind denn eigentlich Unterschiede zwischen Hexe und Magierin? Ja, also Magier oder nehmen wir jetzt mal die Hexe und die Magierin. Die Magierin wird Magie als Wissenschaft tatsächlich erlernt haben, so von der Pike auf mit verschiedenen magischen Theorien. Die kriegen, würde ich sagen, schon ein sehr, sehr enges Korsett, wie sie zu zaubern haben, welche Sprüche sie zu zaubern haben. Wenn das eine Magierakademie ist oder eine Magierschule, an der man ausgebildet wird, die in einer Gilde ist, kriegt man da natürlich auch die entsprechende passende Weltanschauung gleich mitvermittelt. Und ja, das ist alles sehr akademisch. Auch wie Matrizenlehre schreibt gerade Advokatus. Das ist halt auch, könnt ihr, wie die Zauber von Dr. Strange, die so Formen, geometrische Formen, geometrische, so Hermetika-Formen, so, so, so. Und das alles ist so quasi aber in dreidimensionales, sind so Tritzen, die man dann zum Beispiel auch dann mit dem Analyse sehen könnte, wenn man den dann kann. Und sowas halt, also sehr, sehr wissenschaftlich. Genau. Und das ist halt so die Art von Magie, die man beigebracht bekommt. Magie ist ein Werkzeug. Magie kann man beherrschen. Das sind alles so Dinge, keine Ahnung, so auf der Magierseite. Man geht mit dem Verstand dran, nicht mit dem Gefühl. Und ja, man soll kein Gefühl für Sachen entwickeln. Man soll quasi Fakten kennen. Das ist jetzt stark übertrieben. Auch da gibt es Akademien, die das anders vermitteln. Oder ähnliches. Aber das ist jetzt mal so der Klassiker, der, die, für die Magierin. Und bei Hexen ist es tatsächlich so, die werden jung in der Ausbildung gegeben zu einer anderen Hexe und werden da dann halt quasi, wachsen da als Schülerin auf und lernen, dass quasi alles on the fly, viel geht nach Gefühl. Die haben ihr eigenes Tempo. Es gibt keinen Lehrplan. Es geht viel um Einstimmung. Es geht viel um, wie fühlst du dich dabei? Und die haben halt tatsächlich eher so ein intuitives Verständnis für Magie. Das heißt, bei denen ist dann nicht wichtig, wie sieht die Matrix aus und was macht das jetzt? Sondern wie fühle ich mich dabei und wie fühlt sich die Person, die ich gerade bezauberne? Wie kriege ich da eine Verbindung hin? Und was bei Hexen auch der Fall ist, die haben halt ja quasi so eine spirituelle Verehrung für Sumo. Sumo ist eine der Urgottheiten bei DSA und die hatte einen unglücklichen Streit mit einem Typ namens Los. Der ging nicht so gut für Sumo aus. Sumo fiel tot oder sterbend da nieder und aus ihrem Blut entstanden Dinge und aus Los Tränen über ihren Tod entstanden auch Dinge. Das ist quasi so der aventurische Schöpfungsmythos. Und ja, bei Druiden ist das so, die verehrten halt die gefallene Sumo und Hexen verehren Satuaria. Satuaria gilt als Tochter Sumos. Jetzt sind wir schon wieder ganz tief in der Mythologie drin. Satuaria gilt als Tochter Sumos und sie ist angeblich entschlüpft aus einem Ei. dass die sterbende Sumo oder die gestorbene, je nachdem, es gibt unterschiedliche Theorien, lebt sie noch, stirbt sie nur, ist sie schon tot, die hat ein Ei geboren, aus diesem Ei entsprang Satuaria. Und Satuaria ist quasi so die Hexengöttin oder die Hexenpatronin. Und ja, die verehren die. Und sie haben unter anderem, auch wenn sie zaubern, ist es bei Hexen so, dass sie eine Verbindung zum Boden haben müssen, regeltechnisch. Also, weil gesagt wird, dass sie die Kraft halt aus der Erde ziehen, unter anderem. Und also zum Beispiel, früher war es so, ich weiß nicht mehr, ob es immer noch so heftig ist, regeltechnisch, das habe ich mir gar nicht mehr angeguckt, jetzt nach neuesten Regeln. Aber früher war es zum Beispiel auch schwierig, wenn du geflogen bist. Hexen haben ja auch oft ein Fluggerät. Und wenn du zum Beispiel am Fliegen warst, konntest du halt nicht so gut zaubern. Oder wenn du auf einem, keine Ahnung, hohen Turm standest, der quasi keine Verbindung zu echtem Erdboden hattest, dann war es für dich schwieriger, als Hexe zu zaubern. Das ist zum Beispiel auch noch so ein Unterschied. Während Magier innen halt dieses Konstrukt haben, oh, ich muss die genaue Formel, die ich auswendig gelernt habe, und so weiter, muss ich mich an das und das halten. Ich brauche das richtige Schuhwerk, die richtige Kappe, den richtigen Stab, die richtige Sternenkonstellation, und ich muss heute Morgen Müsli gegessen haben, sonst wird der Zauber nichts. Ja. Und bei der Hexe ist so, ach ja, ich mache das jetzt einfach, aber es wäre gut, wenn ich barfuß auf dem Boden stehen würde. Mhm. Das würde ich sagen, ist so der Unterschied im Kurz. Im Kurz, ja. Also ich finde immer, die Hexen sind eher so die Montessori-Schule. Da wird auch nach Begabung halt, also für was du dich, wenn du auf eine Magierakademie gehst, dann lernst du das da und dann musst du da reinpassen in den Würfel. In das Schema. Genau, dann hast du halt Pech gehabt, dann bist du halt nicht so gut, aber wenn du bei einer Hexenschule gehst, dann hast du wahrscheinlich auch dann eine Hexe, die deinem Wesen, also eine Lehrerin, die deinem Wesen entspricht, die vielleicht sogar dasselbe vertrauten Tier hat wie du, dass dir dann eben Zauber beibringen kann oder das Leben so beibringen kann, wie es auch zu dir passt. Also das ist mehr so Zauberer nach deinen Stärken und nicht, was man von dir erwartet. Ah, okay. Hier kommt das Regelupdate. Die Hexe muss Bodenkontakt haben, barfuß sein ist nicht notwendig. Ist aber schöner. Und ansonsten pro Schritt Distanz zum Boden um eins der Schwert bis zu einem Maximum von acht. Die Wasseroberfläche gilt als Boden und auch Gebäudetürme und Brücken gelten als Boden. Ah, okay, das ist nice. Früher, wenn du auf hohen Gebäuden warst, früher, wenn du auf hohen Gebäuden warst, war das ein Problem. Ja, das ist... Aber, ja, ich finde das sehr nett. Sonst hast du sowas wie, oh, wir spielen das Abenteuer der Himmelsturm. Geil, ich kann das ganze Abenteuer nicht zaubern. Ja, das wäre schlecht. Aber ja. Ich stürze mich mal eben runter. Ja, lass mich. Ich jogge mal grad abwärts um hier meinen Zauber. Genau. Ja, aber ich finde es schon eine wahnsinnig schöne Idee und ein starkes Bild, wenn du dir vorstellst, eine Echse irgendwie sitzt, kniet oder steht so wirklich auf dem Boden, die Füße im Moos und zehrt so ein bisschen an diesen Urkräften. Das finde ich ist... Ja, wie man sich auch irgendwie, finde ich, so eine naturverbundene... Also wenn man es abseits von den Hänsel- und Gretel-Hexen mal absieht, wie man sich so eine naturverbundene Hexe auch irgendwie vorstellt. So. Ja, genau. Mit Moos und so. Ähm, Mitsukage sagt noch, wenn Eier nicht mit Zar verbunden, Echsen, Eier und so weiter. Ja, ist völlig richtig. Also wir haben ja gerade schon gesagt, Satuaria, die Hexengöttin, ist aus einem Ei geschlüpft. Ähm, es gibt auch eiggeborene Hexen, die, ähm, gibt, glaube ich, irgendwie eine Chance hier. Kann man das nicht auch auswürfeln? Ja, Herkunftsstand der Eltern. Die Tabelle, ja, 1W20. Bei einer Eins ist die Hexe aus einem Hexenei, bei zwei bis drei das Kind normaler Eltern und bei vier bis zwanzig das Kind einer Hexe. Ja, und man konnte entweder von der Hexe als Findelkind aufgezogen oder von den Eltern an die Hexe verkauft werden. Auch geil. Aber ja, bei einer Eins auf einem W20 war man aus einem Hexenei und das bedeutete mehrere Dinge für die Hexe. Also damals war das alles noch so ein bisschen mythologisch verklärt, aber es wurde einem im Wesentlichen gesagt, du wirst nicht altern ab einem gewissen Zeitpunkt. Also du wirst immer jugendlich bleiben bis an dein Lebensende und du wirst auch sehr alt oder du kannst auch sehr alt werden. Quasi so unsterblich, nicht untötbar, aber unsterblich. Und du giltst als besonders begabt, als Auserwählte und bist besonders schön. Sehr schön. Inzwischen ist das ein regeltechnischer Vorteil, den man sich tatsächlich kaufen kann, wo man irgendwie, der nicht billig ist und wo man krasse Boni bekommt dann halt auch und eben nicht altert. Und ja, Eier, richtig, Zar, Zar ist doch eigentlich so die Eier- und Echsen-Tante. Ja. Und es gibt tatsächlich auch, also wir haben ja jetzt gesagt, Satuaria ist diese Hexengottin. In Myrano ist das, glaube ich, gibt es Satura oder auch Satuaria und das ist quasi so eine, keine Ahnung, wie man das klug nennt, aber eine Verbindung dieser beiden Gottheiten, also Zar und Satuaria. Und ja, vielleicht gibt es da eine Verbindung, vielleicht gibt es die da nicht. In der Historia Aventurica gab es Historia Aventuri, egal, dem Buch, das keiner mag. Da gibt es auch ja quasi so die Idee, dass es da mal eine Gottheit gab und später dann zwei. Aber ja, im Prinzip gibt es da definitiv so Verbindungen, über die man mutmaßen kann. auch Verbindungen zwischen Echsen und Hexen, das wurde explizit sich gewünscht. Hallo Sören. Hi Sören. Dass wir es kurz ansprechen. Und zwar, ja, Hexe und Echse hat so gewisse Wortähnlichkeiten. Rakorium würde jetzt wahrscheinlich schon, keine Ahnung, der Bart auf 180 gehen. Aber es gibt so im Echsischen, also im Aventurischen Echsischen, gibt es ja so das oder dieses dieses ehrfurchtsgehauchte H vor Wörtern. Ja, und wenn man das bei Hexe, das H als apostrophiert und dann ehrfurchtsvoll haucht, bleibt eigentlich fast nur noch Echse da oder große Echse. Also man könnte da jede Menge tolle Verschwörungstheorien haben. Und tatsächlich ist es auch so, dass es bei den Achats, ich meine mich erinnern zu können, dass es in irgendeinem Abend hat, dass es eine Achatshexe gab oder zumindest diese Achats als Hexe beschrieben wurde. Und ich meine nicht die Hexe Achats, ich meine eine Echsenmenschperson vom Stamm der Achats, die als Hexe beschrieben wurde. Aber ich weiß, glaube ich, nicht mehr genau, wo das war. Kann das sein, dass die irgendwie mit irgendeinem Mai ja befreundet ist? Weiß das jemand im Chat? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Stimmt irgendjemand? Ja, genau. Aber wo wir jetzt gerade beim Thema waren, Achats, die Hexe aus Hexennacht. Ja, die hieß wirklich Achats und Achats ist eigentlich ein Echsenmenschenstamm. Lustig? Ja, ich fand das lustig. Ich fand das lustig. Ja, lustig. Und das ist quasi so die Schurkin in Hexennacht, dem alten DSA 2 Abenteuer. Und die kommt später nochmal wieder, als noch viel krassere Schurkin und zwar spielt die auch eine Rolle in der Borbaret-Kampagne, allerdings in einem Teil, der bei unseren Durchspielen rausgekürzt wurde. Das heißt, die kommt bei uns nicht vor, aber sie macht gemeine Sache mit einem richtig dicken, richtig dicken? Sagt man das so? Ich meine, richtig krassen, also der ist nicht dick. Einem richtig krassen Schimirologen in Bastrabons Bann ist, glaube ich, das Abenteuer. Ja, also die ist definitiv keine von den Guten, die Sachats. Die Gefährtin von Saipico und Sabertin, Advocatus Jay, die meinte ich, ich dachte, die wäre eine Achatshexe, glaube ich. Ja. Sie kommen wunderschön, ich liebe den Chat, es kommen so schöne Ideen. Was wäre mit einem Topf mit Erde? Kann die Hexe damit in der Luft hexen? Oder wenn sie ihre Stiefel mit Erde füllt? Fragt Darnay. Ja, das sind alles gute Überlegungen. So, man könnte ein magisches Artefakt erschaffen oder auch ein klerikales Artefakt, ist ja egal, die Stiefel der ewigen Bodenhaftung und die sorgen nicht dafür, dass du immer auf dem Boden bleibst, sondern du bist einfach immer mit dem Boden verbunden, auch wenn du nicht auf dem Boden bist. Ja, allerdings fühlt es sich immer so an, als hättest du Erde im Schuh. Ja, immer so wie Sand zwischen den Zähnen. Lustig. Ja, Kassira sagt, also mein aranischer Hexe ist natürlich ordentlich randwergläubig, da darf man sich schließlich auch ordentlich gehen lassen. Ja, absolut. Also generell ist das tatsächlich so, also ich weiß zumindest zu DSA 3 Zeiten war das halt so, dieser ganze super religiöse Unterbau war noch so ein bisschen, ich würde sagen, relativ wischiwaschi, deswegen ja auch rastula-gläubige Hexe. Und oft wurde gesagt, ja, die Hexen beschränken sich quasi so auf eine geistige Verehrung von Sumo und Satuaria und auch von Lefter. Und deswegen habe ich gedacht, na, so als richtige Religion taugt das ja nicht. Und auch so in Aventurien, wo ja so quasi der Zwölfgötter-Kult als wirklich eine sehr, sehr dominante Sache beschrieben wird, die du wirklich im Alltag ständig irgendwie erlebst. Und die Leute wissen ja auch, dass es die Götter gibt, das heißt, es zweifelt keiner so wirklich an. Ja, so von wie, ach, geh mir weg mit deinem Brahe aus, der existiert ja gar nicht. ist ein bisschen schwierig, wenn der Priester hat, die rumrennen und Wunder wirken in seinem Namen. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch dann diese Hexe, ja, die war Astuda, glaube ich, das heißt, sie war schön raus, ja, aber auch später bei anderen Hexen habe ich dann gesagt, natürlich dürfen die Zwölfgötter verehren oder es gibt so viele heilende Hexe, die eine starke Bindung zu Pyreine haben oder Zart zum Beispiel ist auch beliebt und ich meine, die Braiaus-gläubige Hexe wird schwierig, das habe ich noch nicht erlebt. Nee. Aber. Es gibt Hexen, die mit Braiaus-Priestern anwandeln, das gibt es. Ja. Ja, das ist so der Klassiker. Enemy to Lovers in diversen Romanen und Abenteurern, aber naja, ja, ich finde das auch voll in Ordnung, also Hexen sollen auf jeden Fall Zwölfgötter verehren. Warum auch nicht? Ja, und viel passt da auch gut. Also ich glaube auch nicht, dass sich das irgendwie krass beißt oder so. Also zum Beispiel eine Hex-gläubige Hexe kann ich mir super vorstellen. Ja. Oder, ja, Rondra-gläubige Hexe ist auch schwierig, glaube ich, aber. Ja, Rondra ist aber auch schwierig, seien wir mal ehrlich. Ja, ja. Dann kommt die Frage, gibt es Sattuare geweiht oder sind das quasi Hexen? Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also, um Geweihte zu haben, muss ein Gott quasi rein regeltechnisch sowas wie eine Primärliturgie haben. Das heißt, der Gott oder die Gottheit muss, die muss befähigt sein, Karma zu vergeben. Karma ist quasi genau, eine permanent Karma spendende Identität. Aber, also, sie muss in der Lage sein, Karma zu vergeben, weil mit Karma werden quasi die ganzen Liturgien und Zeremonien und so gewirkt, regeltechnisch. Und die Gottheit muss Karma geben können. Das können halt nicht alle Gottheiten aus Gründen. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen heftig darauf einzugehen, dann sind wir morgen noch hier. und nicht alle Gottheiten können das und Satuari kann das aktuell nicht tun. Genau. letzter Stand. Aber es gibt tatsächlich in Myranor gibt es meiner Meinung nach Priesterinnen. Also, diese Beschränkung gilt nur für Amiturien. In Myranor gibt es meiner Meinung nach Priesterinnen. Ich weiß nur nicht mehr, sind das Satura-Priesterinnen? Kann das sein? Myranor kenne ich mich nicht so gut aus. Warte mal. Ich war ja klug, also klüger als ich sonst bin und habe mir das tatsächlich voll angeguckt und habe einen Spickzettel. Ich suche mal. Ja, aber es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, wenn man eine sehr geläubige Satuaria-Hexe spielt und sich vielleicht selber als Priesterin sieht, sowas wie einen Laienprediger, die ja auch regeltechnisch keine Karma-Energie haben, sondern einfach nur predigen und sehr den Glauben verteilen. Das kannst du natürlich spielen. Das geht. Ja, und du musst ja auch nicht, also du kannst ja auch sagen, meine Magie kommt von der Gottheit. Ja. Mystik und Religion sehe ich tatsächlich bei Hexen auch sehr eng beieinander. Also ich finde, man kann eine völlig unreligiöse Hexe spielen, aber eigentlich sind Mystik und Religiosität finde ich bei Hexen sehr mit dem verbunden, wie ich sie sehe, also wie ich sie spielen würde in Aventurien. Ja, ähm, so, ich habe jetzt nachgeguckt, genau, also, ja, Zatuaria, Priesterin in Brünnau geht, es gibt einmal die Zatuar-Kirche in dem Myranischen Imperium und dann hat man halt diese extrem krasse Sartu-Verehrung auf Era-Sumo, ähm, wo ja auch, also die begreifen sich auch als Priesterinnen, ähm, das heißt, ja, da geht das und dann kam jetzt die Frage, wie wenn eine, sagen Nobody 2019, wie wenn eine Person die Primärliturgie in Aventurien hat, muss Zatuaria denn nicht schon eine PKS E sein? Ja, ähm, ich, ich, ich vermute, ich weiß, worauf du anspielst und zwar, ähm, die Primärliturgie äh, von Satuaria ist ja verstrollen, aber die hat tatsächlich jemand in Aventurien, also jemand weiß um diese Primärliturgie und zwar ist das eine, ein NSC, eine Frau, die heißt, oh Gott, ich und Namen, ähm, Sarania Marbo-Hauch, ja, irgendwie sowas und, ähm, die ist aus einem Ei geschlüpft, das irgendwie in den dunklen Zeiten irgendwo abgelegt wurde, ähm, ich weiß nicht genau, wo es, also, die Genese weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall, die hat quasi, oder die hütet mehr oder minder diese Primärliturgie, die weiß aber nichts davon ähm, und damit ist auch nichts passiert, ich glaube, das war in irgendeinem, äh, DSA4-Orga-Band, war, wurde die, ähm, beschrieben und, ähm, das heißt, prinzipiell ist die Primärliturgie schon vorhanden, sie wäre auch in Aventurien, aber die Person, die einzige Person, die das wissen könnte, weiß nichts davon, das ist, glaube ich, immer noch der aktuelle Stand. Ich bin gespannt, ob sich das bald ändert, wäre ja witzig. Ja, Nobody 2019 sagt, du bist echt gut, vielen Dank, ich habe tatsächlich, äh, viel Zeit mit diesen Bänden verbracht, deswegen, aus arbeitstechnischer Sicht, deswegen weiß ich, viele unnütze Dinge, die da drin stehen und die, die wichtig sind, die vergesst ich immer. Aber es ändert sich ja gerade auf sehr vielen Aventurien und so, Sterne fallen. Verschworene Gemeinschaften, das ist der Band, genau. Jawohl. Ich würde das ja begrüßen, ehrlich gesagt, ich finde es cool. Ich finde es, klar, auf jeden Fall, also ich bin, ich bin sowieso mehr Götter wirken für verschiedene Entitäten, finde ich, finde ich dufte. Und bei, ich weiß halt nicht, aber jetzt vergleichen, wenn man es zum Beispiel vergleicht, so, ich fange immer wieder mit Rastulla an, ja, das ist keine persönliche Besessenheit oder so, aber wenn wir, wenn wir jetzt hier, zum Beispiel Satuaria und Rastulla, ja, ich meine, Satuaria, die Hexen haben, können immerhin zaubern, was können die armen Novadis predigen und Recht haben. Ja, aber gut, ich glaube, da wird das, das Wüstenreich, hoffentlich, ich habe große Hoffnung für diese Regionalspielhilfe, hoffentlich was reißen, sonst weine ich bitterlich, mark my word und, keine Ahnung, lese das Buch rückwärts vor oder so, live. Aber das wäre ganz schlimm. Aber auf jeden Fall, ja, ich fände es schön, also, warum soll es nicht auch Satuaria Priester geben, aber ich finde, tatsächlich, die Gottheit hat durch Hexen quasi ja schon so eine Gemeinschaft und finde ich auch eine schöne, eine schöne Repräsentanz, finde ich. Finde ich auch, ja. Deswegen, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, also, ich finde halt so, überhaupt, dieser, dieser ganze Unterbau, der ist ja auch mit den Jahren gewachsen, also am Anfang war es ja wirklich so, ja, es gibt, es gibt halt diese, diesen Schöpfungsmythos mit Sumo und es gibt Satuaria und die verehren die Hexen halt irgendwie so und, äh, sie finden Läftern irgendwie scharf und dann gibt es halt diesen ganzen, ich würde sagen, ein bisschen unglücklichen Schöpfungsmythos, also, oder mit, äh, mit Satuaria und Läftern. Ähm, ja, ich glaube, wir erwähnen es kurz, aber ich mache jetzt hier mal eine, äh, eine Contentwarnung und zwar, äh, ist die Contentwarnung sexuelle Gewalt. Falls jemand das nicht hören möchte, bitte jetzt ausschalten. Ähm, ist nur ganz kurz, ich winke, holt voll, wenn es vorbei ist. Und zwar ist es so, dass, Achtung, Contentwarnung, jetzt, dass, äh, Läftern sich Satuaria aufgezwungen hat, also faktisch, ähm, sie vergewaltigt hat und, ähm, sie hat ihn dafür verflucht, ähm, Abo hüllt voll gewunken, die Contentwarnung ist hiermit aufgehoben, wir reden jetzt nicht mehr über das Eigentliche, Läftern hat Satuaria etwas Schlimmes angetan, daraufhin hat sie ihn verflucht und ihn in einen hässlichen Mannwitter verwandelt, der, also so quasi nach, ich weiß nicht, ich vermute, die, die Connection war, ja, geiler Bock, sie gefällt es auch so aus, Läftern war nämlich vorher ein richtig heißes Gerät, muss man dazu sagen, und inzwischen ist er ein entstellter Mannwitter und, ähm, ja, sie hat ihn, äh, sie hat ihn verflucht äh, und es ist, es gibt tatsächlich so den Mythos, dass Hexen sich immer noch von, ähm, von Läftern angezogen fühlen, auch obwohl er so körperlich, äh, ja, entstellt ist. Ja, dass sie auch irgendwie nichts dagegen tun können, das ist irgendwie so, man, dass sie sich nicht dem entziehen können, weil es irgendwie so eine, ja, auch wieder so eine mystische Verbindung Zwischeneben gibt. Oh Gott, da gibt es ein furchtbares Buch, wie heißt das nochmal? Dieser eine Roman, der Hexenroman, der um diese Hexennacht geht. Ähm, ich habe sie alle gelesen und das, und das war wirklich nicht immer schön, aber, das war so, das war so richtig, das war so ein bisschen Hardcore-Porn. Äh, egal. Ja, gut, äh, auf jeden Fall, wir empfehlen nicht, ähm, das Leftersband, ja, dankeschön, Advokatus Jay, ja, das Leftersband, der war schon, der war schon an einigen Stellen, dachte ich mir so, what the fuck, steht da gerade wirklich das? Ist Leftersband nicht ein Abenteuer? Ist das ein, ein, ähm, oder ist das ein Pfarrinnelband? Ach, ich weiß es gerade nicht. Das hat mich aus jedem Fall ein bisschen durcheinander gebracht. Ähm, ja, aber genau, das ist halt, das ist halt zum Beispiel die Sache, wird so gesagt, ja, du, du wirst von Lefters an irgendwie angezogen und es wird auch gesagt, Leftern besucht manche Hexennächte, insbesondere im Norden und ich weiß, es gibt ein Abenteuer, da kann man Leftern tatsächlich betreffen auf dem Hexenfest, das wird aber nicht weiter, ähm, groß thematisiert dort, aber man kann halt auf dieses Hexenfest gehen, ich glaube, es ist, ist es Strom aufwärts, ein Abenteuer, was überhaupt nichts mit Hexen zu tun hat. Ähm, ich glaube, es war Strom aufwärts und da ist man halt im Norden unterwegs und da kann man auf ein Hexenfest gehen und da ist Leftern dann und Achtung, wenn die Hexe an diesem Abenteuer, äh, tatsächlich an diesem Hexenfest teilgenommen hat, steigt die Charisma permanent um eins. Mhm. Ja. Und, ähm, genau, das, äh, das ist auch so eine Sache, wo ich dann immer so denke, hm, weiß ich nicht, finde ich nicht ganz so glücklich. Also, das ist natürlich schon irgendwie spannend oder so, aber hätte man, hätte man das nicht auch anders lösen können, ich weiß es nicht. Aber man muss dazu sagen, ich finde, das ist auch in so einer Zeit entstanden, wo alles noch viel an griechische Mythologie angelehnt war, würde ich behaupten. Und da wird ja, also, wenn man sich so Zeus anguckt, ja, dem ging es auch nicht, dem ging es auch nicht immer um Konsent, ja. Ähm, gar nicht. Da wurde, da wurde gemöppelt und betrogen und man hat sich auch mal in ein Tier verwandelt, um irgendwo zu landen. Fast ständig. Und zum Stich zu kommen, also, ähm, das, ja, ein ganz, ganz schlimmer, ein ganz schlimmer. Und ich, schwupps, reitest du einmal auf einer Kuh und schwupp bist du schwanger, ne? Ja, ja, Also, und ich meine, mit Reiten meine ich, man sitzt auf dem Rücken der Kuh. Man sitzt harmlos auf dem Rücken der Kuh und lässt sich durch die Gegend tragen, ja. Ähm, oder, ja, man, 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 so ein Spahn, ja, also, genau. Oder Goldregen, ja, ja, denkt man ja, eigentlich ist harmlos. Passt bloß auf, wenn es Gold regnet. Ja, ja. Könnte auch Pipi sein, ist aber auch nicht so geil. Ja, wir wollen uns auf jeden Fall nicht über, nicht über, äh, nicht über Zeus aufregen, also zumindest nicht langfristig. Aber wir haben gesagt, wir fluchen und es lohnt sich auf jeden Fall immer auf, Zeus zu fluchen, weil das war schon ein echter Hallo-Tria. Ja, ja. Der alte Lustkreis. Ein schwere Nöter. Ähm, ja, aber ich, ich denke einfach, dass das viel, äh, daher kommt, was so in diesen, in diesen Schöpfungsmythos mit eingeflossen ist, auch. Aber, ähm, weiß ich nicht. Kann man anders machen. Ich weiß, es kommt jetzt ein Leftern-Vadimekum raus. Oh. Äh, das ist Teil eines Crowdfundings zum Thema Raya-Kirche. Ähm, und da in diesem, in diesem Rahmen kann man auch sich ein Leftern-Vadimekum dazu kaufen. Ich bin gespannt. Ja, es gibt ja auch ganz coole Geschichten um Leftern. Sie haben auch gesagt, sie haben da, sie haben, sie haben das mit, ähm, mit Fingerspitzengefühl bearbeitet angeblich und, äh, haben sich auch mit so, mit dieser schwierigen Historie auseinandergesetzt, ähm, und, äh, da Lösungen gefunden und auch halt, wie man eine Priesterschaft darstellt, die nicht aufs, aufs, aufs Notgeil Vergewaltigern besteht. Ja, das wäre nice. Das fände ich nämlich wirklich überhaupt nicht zeitgemäß. Nein, es ist nicht nur, dass es nicht zeitgemäß ist, es wäre einfach saumäßig uncool. Ja, saumäßig uncool. Ich bin, ich bin gespannt. Ich denke, ich werde es mir angucken. Ähm, Ja, ich will es mir auch unbedingt angucken. Und dann auf hohem Niveau natürlich, äh, natürlich drüber jammern. Ich wollte auch noch, ich vergesse es die ganze Zeit, aber wir sind schon eine Stunde im Thema. Es tut mir so leid. Ich habe eine Umfrage vorbereitet. Wow! Ja. Ähm, sie ist nicht sonderlich, äh, sonderlich, ähm, ausgeklügelt. Ich lasse sie auch mal ganz in satte 10 Minuten laufen. Ähm, und die Frage ist, könnt ihr raten, was die Frage ist? Nein, die Frage ist, habt ihr schon eine Hexe gespielt? Ähm, die Antworten sind nicht alle so todernst gemeint, aber ich probiere es trotzdem mal. Und die Umfrage sollte jetzt laufen. Ich bin einfach neugierig. Das ist der Grund, warum ich das mache. Allerdings, ich spiele nur Hexen. Bisher noch nicht. Interessiert mich null. Verbrennt sie alle. Ja, genau. Was antworte ich denn? Ich spiele nur Hexen oder allerdings? Ich mache allerdings. Ja, abgestimmt. Sehr gut. Vielen Dank. Ja, genau. Läuft jetzt noch 10 Minuten. Dürft gerne mitmachen. Ich bin einfach nur neugierig, wie viele Leute tatsächlich wirklich hier Hexen schon mal gespielt haben oder da Bock drauf hätten oder sagen, nee, danke. Ähm, das war so die Idee hinter dieser Umfrage. Und ich habe gedacht, vielleicht können wir euch ja bekehren. Ja, auf jeden Fall. Es ist tatsächlich, also wie gesagt, wir hatten ja jetzt schon gesagt, kurz so Schimpfungsmythos, Statuarier, Verehrungen, ähm, eine intuitive Form von Magie macht Hexen aus und die sind tatsächlich auch immer wieder dann vorgekommen in offiziellen Publikationen und tatsächlich ist es aber so, oft waren Hexen AntagonistInnen. Also du hast zum Beispiel da, klar, du hast jetzt bei Hexennacht, da hast du beides, du hast den netten Hexenzirkel, ja, und die taffe Oberhexe und das coole vertrauten Tier und die böse Gegenhexe. Alrighty. Aber dann so jetzt, keine Ahnung, ähm, bei vielen anderen Abenteuern oder so, ich nehme jetzt mal ein prominentes Beispiel, die Hexe vom Schattenwasser heißt es, glaube ich, das ist die zweite Einstiegsbock. Na, ist das eine gute Hexe, wenn sie die Hexe vom Schattenwasser heißt? Bestimmt nicht. Ähm, und das passiert halt öfter. Also es gibt halt oft böse Hexen als Antagonisten. Es gibt auch sehr, sehr nette Hexen als Verbündete und so weiter. Oder es gibt auch lustige Abenteuer, wo man beides hat. Ähm, also keine Ahnung, wo die Antagonistenperson Hexe ist und, äh, die Leute, denen man hilft, Hexe. Das ist zum Beispiel so bei, äh, wie heißt es? Äh, Hexenreigen. Hexenreigen. Dieses schöne, ich hab's vorbereitet. Moment, ich blende das ein, kurz. Das ist ein Abenteuer, was die meisten Leute wahrscheinlich in irgendeiner Form haben dürften, weil es damals, als DSA 5 rausgekommen ist, verteilt wurde, umsonst, auf so ziemlich allen Kanälen. Ich weiß nicht, ob es PDF noch umsonst gibt, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch noch irgendwo umsonst gibt. Ähm, aber das ist zum Beispiel ein Abenteuer, das hat man mit sehr vielen Hexen zu tun. Die hab ich, äh, mir auch als Beispiel Hexenpersonen rausgesucht, weil ich die so süß fand. Äh, Hexenreigen, Hexenreigen hab ich's Bild genannt. Ähm, und ich finde es nicht. Hm? Ich Horst. Ah, da ist es. Gut. Das sind die Personen aus diesem Abenteuer. Sind alles Hexen. Sind alles Hexen. Ja, und Katze. Ja. Und Eule. Und Eule. Und Kröte. Und Kröte. Kröte. Ich mach's mal größer, damit man das auch, ähm, damit man das auch sieht. Mach ich es groß, richtig. Richtig, richtig groß. Da. Ja. Ähm, ist glaube ich von wie Reema Schneider, wenn mich nicht alles täuscht, soll man ja immer dazu sagen. Und, äh, ja. Super süß, oder? Ja. Genau, das ist so quasi die wandbreite aventurische Hexenpersonen. Wir haben ja auch eine männliche Hexe da links. Sieht nicht so glücklich aus, der Gute. Aber, ähm, Nee, ich glaube, der wird nicht gerne fotografiert. Wie schön. Ja, aber es stimmt, diese stehen dann tatsächlich wie so auf so einem, so einem Poser-Foto, ne? Der Hexe da links hat Haare als Vertraut. Ja, der hat so eine richtige Mettlamatte. Ja. Da geht was. Ähm, genau. Also, nur mal, um so ein Beispiel zu geben, wie Hexen in Aventurien aussehen können. Wir haben auch, ähm, ich hab auch noch ein paar Sachen rausgesucht, weil ich gedacht hab, so Bildbeispiele sind die schlecht aus, so müssen wir uns noch Nessi als Hexe angucken. Ja. Ähm, genau. Zorganov schreibt, werden Hexen in Aventurien nicht gejagt? Ja, eigentlich ist das illegal. Es ist eigentlich verboten, Hexen zu jagen. Ähm, inzwischen. Aber es gibt unrühmliche Ausnahmen. Also, weil es natürlich auch viele Sachen verboten sind, die Hexen tun könnten oder tun. Zum Beispiel Menschen mit Magie schaden. Menschen mit Magie schaden, genau. das ist verboten. Jemandem mit Magie die Ernte verhageln oder eine Kuh verhexen oder so. Das ist alles nicht so ganz egal und es kann natürlich Probleme geben, keine Frage. Ähm, aber so prinzipiell, so massive Hexenverfolgung oder Hexenverbrennen, also Hexenverbrennen ist, glaube ich, tatsächlich sogar wirklich illegal. Das machen nicht mal mehr die Breiweskirchen, sondern nur noch Bandenstrahler oder irgendwelche völlig fanatischen Idioten. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man, ähm, so richtige Verfolgung von Zauberkundigen, das gab es durchaus in der aventurischen Historie, also auch insbesondere auch unrühmliche Geschichte durch die Breiweskirche, ähm, aber nicht nur, ja, ähm, teilweise auch Magier haben, Hexen oder nicht lizenzierte Magieanwender lange verfolgt, ähm, teilweise auch etwa die Obrigkeit oder dann gab es so den klassischen Lünschmopp auf dem Dorr, das kann auch immer noch passieren, aber im Wesentlichen, ähm, darf man das nicht, aber es gibt auch immer noch Abenteuer, die zum Beispiel auch sowas thematisieren, wo dann, ähm, irgendwie die Hexe im Kerker landet oder, ähm, verbrannt werden soll oder ein Inquisitor irgendwie völlig am Rad dreht und, ähm, und Hexen verfolgt, auch das, ähm, das kommt vor, ähm, Magier haben doch ein Magiergericht, haben Hexen auch sowas? Äh, Ne, also, ähm, wobei, ich glaube, bei Magiern, ja, das sind dann halt erst mal entweder die Akademie oder die Gilde tatsächlich. Die Gilde, ja. Die, die dann, die dann abrichtet, die haben ja auch Sonderrechte, also, wenn ein Magier ein Verbrechen begeht, normalerweise muss der dann an die Gilde überstellt werden, aber auch da gibt es Ausnahmen. Und bei Hexen ist es tatsächlich so, die sind dann nicht so durch, ähm, durchvernetzt und dadurch, dass es halt irgendwie auch keine, es gibt zwar Hexenzirkel, aber Hexenzirkel funktionieren eher sowas wie, wir wohnen halt alle in derselben Gegend und treffen uns. Ja, also, das ist sehr... Das wäre so der Landfrauenverein als wirklich, äh, genau, das heißt, eine Organisation. Und da ist auch nichts kodifiziert angesetzt oder ähnlichem. Das heißt, selbst wenn, also, ich meine, es kommt drauf an, wenn im Bornland, keine Ahnung, ein Baron sagt hier, ich habe die Hexe gefangen genommen, die hat Mist gebaut und der die tatsächlich zum Hexenzirkel zurückbringt, ich glaube, der Hexenzirkel fände das nicht geil. Ja? Nö, könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Da kann es durchaus, also, ähm, schon, schon, äh, der Hexe lieber sein, der Baron hätte sie einfach bestraft, äh, statt sie zum Hexenzirkel zurückzubringen. Aber es gibt tatsächlich sowas wie eine Gericht oder sowas, äh, offiziell nicht. Aber ich würde sagen, das ist von Hexen zu Hexenzirkel verschieden. Ähm, das kann tatsächlich irgendwie, wenn, wenn eine Hexe permanent Mist baut oder, oder richtig dicke Scheiße baut, kann das sein, dass die zur Oberhexe irgendwo geschleppt wird und das dann, ja, also ich meine, das ist wahrscheinlich schlimmer, als vor einem Magierrecht zu landen, weil Hexen können fluchen. Genau, ja, ja. Und man weiß ja immer, so Frauen untereinander können fast schlimmer sein als alles andere. Ja, also, deswegen, überhaupt nicht. Und das ist auch, man muss auch sagen, es ist auch eigentlich immer gut, also seid dankbar, wenn ihr eine Hexe in eurem Dorf habt, weil so eine Hexe ist halt auch sehr nützlich, ne, immer schön nett zu seiner, zu seiner örtlichen Hexe sein, kann ich dann immer nur sagen. Dann braucht man sich auch nicht fürchten und dann gibt es auch kein Problem. Wollen wir mal ganz kurz, machen wir mal einen Exkurs, wir gucken uns Nessi an, was wollen wir denn, womit wollen wir denn anfangen? Mit Hexennacht oder mit den Pteridida-Bildern? Wo du doch gerade gesagt hast, Bornland, dann nehmen wir doch mal meine bornische Hexe. Ich habe eine bornische Hexe, Juni Vera Schattenquell, sie ist Seherin von heute auf morgen, von heute auf morgen, also eine Wahrsagerin mit dem vertrauten Tier Rabe, ihr Rabe heißt Magnus, Bosparan für der Große und so sieht er sich auch. Er ist sehr groß. Er ist sehr groß, sehr mächtig, ja. Ich finde das Kostüm super, super schön mit dem ganzen Freelit. Das war kein labtauglicher Stab, oder das ist ein ambientes Stab? Das ist kein, das ist ein ambientes Stab, der ist aus Wurzelholz, ja. Nee, ich kämpfe, ich kämpfe mit der Rolle nicht wirklich. Ja, Schatten ist, das ist ihr Künstlername, also in Wirklichkeit ist sie, ist sie der Bastardskind von einem bornischen Baron, der sie nicht anerkannt hat, aber ihr immer mal wieder Geld gibt, deswegen hat sie relativ schicke Kleidung, die aber schon ein bisschen verstaubt und löchrig ist. Sie achtet sehr auf ihr Äußeres und verkauft tatsächlich ihre Künste auch für Geld. Also sie sagt weiß, guckt in Eier und macht alles Mögliche. Achso, Eierweißsagung. Ich dachte gerade, warum guckt sie in Eier? Ja, Eier aufschlagen und gucken, wie das Verhältnis von Eidol. Ich habe mich da, ich habe mir diverse Dinge ausgedacht, was man da machen kann und was es so gibt. Ich habe den Raben nicht dargestellt, das ist ja das Schöne, die sind immer unterwegs, die vertrauten Tiere beim Lab. Also man braucht den Vertrauten nicht unbedingt darstellen, finde ich, weil wenn man eh, wenn man auf Lab ist, ist man immer mit vielen Menschen unterwegs und das Schöne ist bei Raben tatsächlich, ah, Magnus, da hinten fliegt er. Raben und Crenen gibt es überall. Ja, stimmt. Du könntest einfach immer behaupten, das ist so. Es war so gut. Das war mal bei einer Con und dann hat man in der Ferne hat man so einen Raben gehört, der so gerade rumgekrecht hat, so ein richtiger Kolkrabe. Die machen ja so ein tiefes Geräusch teilweise. Ja, ich kann es nicht gut machen, nein. Und das war halt perfekt, weil ich gerade irgendwie mich mit dem unterhalten habe und dann so, Magnus, kannst du mich mal ausreden lassen, bitte? Fantastisch. Ja, schön. Ja, ist besser, als ihn dann immer dabei haben zu müssen, auf jeden Fall. Finde ich halt schöner als Kuscheltierkatzen. Das Close-Up-Bild mit diesem fantastischen, fietrigen Kragen. Ich liebe diesen Kragen sehr. Ja. Er hat auch so ein Rabenholz. Es gibt ja für Rabenfiebeln, also Rabe ist ein sehr, sehr, sehr dankbares Symbol. Das gibt es sehr viel. Diese Fingerkrallen fand ich irgendwie ganz schick. Genau. Ja. Aber es ist mehr so die häusliche, nicht so die Naturhexe. Okay. Mehr so die Drogenschnüfflerin. Wir haben ja noch ein anderes Modell. Wir haben ja noch diese schöne Hexe hier. Ja, das ist Terijida, Tilgerin des Hässlichen auf Maraskan, eine maraskanische Spinnenhexe, die im Widerstand ist und Leute vergiftet. Also eine Attentäterin, eine Giftattentäterin quasi. Und sie zieht mit Leuten rum her, die kein Gesicht haben. Nein, die haben wir natürlich nur. Die habe ich. Die haben wir natürlich nur ausgeblendet, damit wir hier nicht Leute zeigen, die vielleicht nicht gezeigt werden möchten. Aber ja, zumindest ihre wirklich, wirklich fantastischen Kostüme. Also so bunt, so wunderschön bunt. Und. Ja, ich wollte, ich wollte gerne, ich wollte gerne irgendwie einen mittelländischen Schnitt, also so Renaissance, so so deutsche Renaissance mit so, mit so Zeug irgendwie, aber in, in bunt und irgendwie in, keine Ahnung, Sommer. Das war so meine, meine Idee. Eine Hexe mit Bogen, das ist mir neu. Ja, also normalerweise, ich habe eigentlich, eigentlich ein Blasrohr, aber da das nicht labtauglich ist, du hast es aber am Gürtel, das sieht man ja. Ich habe es, ich habe es am Gürtel, ja, habe ich, ja, warum nicht? Man nimmt, was man kriegen kann, ne? Ja, ja, nee, super schöne Kostüme. Also, wird auch gesagt, tolle Beispiele, sagt Quora, wie unterschiedlich Hexen sein können. Ja, ja, absolut, sie können wirklich, wie Tag und Nacht, also, ähm, ich hatte auch, da hatte ich tatsächlich ein Vertrauten, ja, da hatte ich ein Vertrautentier und zwar hatte ich so eine kleine, ähm, eine relativ realistisch aussehende, grüne, Spinnenattrappe, aber die hatte ich immer irgendwo in der Tasche oder hinten im Haar oder so, dass man halt so dachte, da krabbelt eine Spinne oder so. Nessis Hexe kann ganz bestimmt, kann bestimmt toll blasen. lies es nicht vor, lies es nicht vor. Ich habe tatsächlich jemanden einmal mit dem, mit dem, mit dem Blasrohr, das war, wie gesagt, kein labtaugliches Blasrohr, also eigentlich macht das nicht, so ein, ein, ein Saugnapf Pfeil direkt an die Stirn geschossen. Krass. Also, ich kann nicht nur super toll blasen, sondern auch richtig gut zählen. Nessi, du bist die Beste. Ja, ja, das ist sie, deswegen ist sie auch hier. Ähm, ja, aber super, also, ich habe tatsächlich noch nie eine Hexe im Lab gespielt, wie gesagt, meine einzige Verkleidungserfahrung als Hexe ist, ist Shulinae, ähm, aber ich, ich habe die Hoffnung, dass ich das irgendwann mal nachholen kann, also, dass ich tatsächlich irgendwann mal eine Hexe auf einem Lab spielen kann, vielleicht, falls ihr, falls ihr, falls ihr Lab's mit Hexen wart, lasst es mich wissen, vielleicht komme ich hier. Ich sage nicht, dass ich das besonders gut kann oder so, aber, ähm, ich würde, ich hätte da Bock drauf. Ähm, das wäre auch was, wo ich, wo ich sagen würde, okay, kann ich mir vorstellen, irgendwie, wie ich ein neues Kostüm habe zusammenzukommen. Wenn, wenn jemand eine Hexe spielt, dann du, Evie. Meinst du? Ja, voll. Ja, die Nase, es ist die Nase, es ist die Nase, oder so, wenn man diese im Profil betrachtet, es ist die Nase. Nein, es ist eine feurige Leidenschaft. Stimmt, ich bin, ich bin die langweiligste Person der Welt, glaube ich, also, ich habe zu, meine, Hexen, Hexen sind für mich tatsächlich emotionale Höhepunkte. Hexen erlauben mir, Emotionen im Spiel auszuleben, die ich ansonsten so im echten Leben nicht so, ich würde nicht sagen, nicht habe, aber ich bin jetzt nicht so der aufgeregteste Mensch im Alltag, tatsächlich, was schwer vorstellbar ist, wenn man, wenn man mich so im Spiel erlebt. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin total unlebhaft, aber ich bin normalerweise eigentlich, relativ unspektakulär, und in solchen Rollen kann ich aber halt richtig ausrasten, und auf eine, auf eine positive Art und Weise, also nicht, nicht irgendwie schlimm und destruktiv und so, sondern irgendwie, weiß ich nicht, da fällt mir das leichter, als im echten Leben. Im echten Leben schimpfe ich nur im Auto, wenn ich fahre. Bin ich so, so complete road rage. Oh, das kenne ich, das mache ich auch. Oh mein Gott, Leute, die mit mir Auto fahren, haben da so. Ja, Zockert möchte wissen, Frage kommt beim Lab, auch die emotionale Ausrichtung der Hexe zum Tragen. Nessi, das ist was für dich, ich habe es ja noch nicht gemacht. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, also unbedingt, alles, alles was geht. Also, du denkst dir natürlich, also man kann natürlich auch abseits von, von, von den Regeln, ähm, eine, eine, eine Hexe spielen, die irgendwie mehrere Facetten auch hat von anderen, aber auf jeden Fall gibst du das, gibst du voll Butter mit der emotionalen Ausrichtung. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. eine Hexe hast, die nach außen hin, die nach außen hin sehr behärft ist, aber du weißt ja nicht, wie es da im Inneren aussieht. Aber ich meine, im Lab ist, ist es natürlich schon schön, wenn du eine Hexe hast, die, deine Ahnung, irgendwann auch mal ausklingt, ja, oder, oder völlig mitgenommen ist von irgendwas, was da passiert, und das dann tatsächlich in irgendeiner Art und Weise sich auch auf ihre Magie auswirkt, positiv wie negativ, ja. Auf jeden Fall. Also das habe ich auch schon, habe ich auch schon ausgespielt. Also ich werde nicht besonders schnell wütend, aber wenn ich dann wütend werde, und dann kann ich auch mal ein bisschen ragen und wenn du, wenn du das dann wirklich so fließen lässt im Lab und dann tatsächlich dann ein, ein in Rache gesprochener Fluch, den kannst du dir ja auch einfach ausdenken. Der kam dann einfach so im Sinn, da waren irgendwelche Typen und ich habe gerade gekocht und ich wollte eigentlich gerne... Du hast gekocht im Sinne von, du hast actually gekocht? Ich habe actually gerade gekocht. Achso, ich dachte, du warst schon sauer. Nein, 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 ich habe, ich habe, ich habe Essen gemacht zu diesem Zeitpunkt und wollte halt kochen und dann wurden wir überfallen und das waren irgendwelche so halbstarken Typen, die uns einfach ausrauben wollten. Und ich war so sauer, weil ich halt einfach kochen wollte, dass ich dem halt angedroht habe, wenn er jetzt nicht verschwindet, dass er dann halt, keine Ahnung, und so was in der Art, dass er halt Kieselsteine pinkelt die nächsten fünf Wochen und das habe ich wohl mit so einer Inbrunst rübergebracht und den dann dabei so angeguckt, weißt du, und so richtig so, der hatte wirklich Angst dagegen, der ist verschwunden und die anderen standen da so, also, dich darf man auch nicht wütend machen, und so stört mich einfach nicht, während ich koche. Ja. Alles war gut. Don't do it. Lass, lass, lass lass die Sex in Ruhe kochen. Das war die Rabenhexe. Ja. Ja, aber also, ich finde zum Beispiel das halt auch interessant und das stelle ich mir auch am, glaube ich, am spannendsten vor, jemand, der wirklich, ja, unter normalen Umständen tatsächlich relativ beherrscht ist, aber dann halt wirklich so, wenn es als Eingemachte geht, so richtig aus sich rauskommt. Das fände ich spannend als eine Rolle. Ich glaube, ich fände es extrem anstrengend, wenn ich wirklich, ich weiß nicht, zum Beispiel Schulinei im Lab zu spielen, fände ich extrem anstrengend. Ich glaube, das wäre total toll. Das wäre förderlich, das wäre körperlich so fordernd. Ja, aber das machst du ja nur zweieinhalb, also anderthalb Tage, so, so, Freitag, Samstag. Ja, genau. Ich glaube, das wäre total cool. Ich würde, ich würde super gerne mal Schulinei auf Lab kennenlernen. Ja. Am liebsten dann auch, als Hexe und dann irgendwie einen lustigen Austausch machen. Ja, mal gucken. Wie gesagt, also, mal sehen. Ja, aber gerade so, dass so, so diese, diese, diese Magieverstärkung in irgendeiner Form durch Emotionen oder so ist halt bei den Hexen. Ich finde, das ist schon, das ist, das ist so schon einzigartig. Du hast das bei anderen Naturzaubernden auch, also zum Beispiel bei Elfen, die können sich auch so ein bisschen auf ihr, keine Ahnung, irgendeine Melodie, die sie irgendwie hören, einstimmen oder sowas oder bei Druiden läuft auch viel halt über Kopf, ja, wobei ich immer sage, Druiden sind eigentlich so die Magier der Naturzaubernden. Und da wird ja auch oft gesagt, ja, Druiden sind die Männer der Hexen und so, aber tatsächlich, wenn man sich so die Weltanschauung ist und auch so, wie die die Welt begreifen und sich herum, klar, wenn sie sehr naturliebend sind, kann es da Gemeinsamkeiten geben, aber oft ist es halt tatsächlich so, dass du ja denkst, nee, die können nicht wirklich so gut übereinkommen an vielen Stellen, weil da einfach viele Dinge zu unterschiedlich sind. Aber ich finde halt, bei Hexen, weiß ich nicht, hat mich von all dem meisten angemacht, macht mich mehr an als Druiden, macht mich mehr an als Magier und ich weiß eigentlich gar nicht, ja, warum hat es mein Teenager ich so angesprochen, dass das emotionale Wesen sind oder dass es nur Frauen sind oder dass sie irgendwie so, keine Ahnung, Flüche waren ja auch sehr, sehr cool früher, die konntest du mit dem vertrauten Tier überbringen, im Zorn sprechen, permanent konntest du die machen, war alles sau teuer, geht heute glaube ich sogar auch immer noch, aber das war halt sowas, das konnte der Magier einfach nicht. Permanent zaubern ist ja generell für Magier eher so. Ja, das ging schon, aber es war halt auch sau schwierig und sau teuer, aber du konntest halt fluchen, und die Leute konnten eigentlich fast gar nichts dagegen machen, dann hattest du halt den Fluch und das fand ich irgendwie attraktiv, wobei, die ja sehr viel weniger Zauber hatten als Magier, sehr viel weniger, die hatten auch weniger Arztnallpunkt, weniger Zaubersteigerungsversuche, so damals, und inzwischen ist das ja tatsächlich Regeltisch nicht so ein bisschen ausgeglichener, würde ich sagen, also so jetzt bei DSA 5 ist es ja zum Beispiel so, du hast ein vertrauten Tier, du hast einen Hexenkessel, du hast ein Fluggerät, und dann hast du zum Beispiel dein vertrauten Tier hat auch eigene Zauber, das gab es auch früher schon, aber halt so wenige, und die können jetzt auch so tatsächlich auch so vertrauten Tier Zaubertricks, also so kleinere Sachen, die sie halt wirklich ständig machen können und so, und das finde ich halt so irgendwie total nice. Hallo, Buckish Blood, wir werden geradet. Hallo, hallo, herzlich willkommen, herzlich willkommen, wir reden über Hexen. Im DSA. Genau, Hexen bei DSA speziell, aber, ja, und, und schwelgen hier ein bisschen in Erinnerungen und in Ideen und reden mit dem Chat, was, was, was sie so für Erfahrungen haben. Moin, moin, haben sie heute schon ein Buch gelesen? Ich habe heute schon noch kein Buch gelesen. Ich habe ein Zierbuch. Ich habe ein Zierbuch. Moin, Zierbuch. Aber, ähm, ich habe heute noch kein Buch gelesen, ich habe ganz viel gearbeitet. Ich bin heute Morgen aufgestanden, dann war ich frühstücken, ich war frühstücken, dann war ich spazieren, und danach habe ich mich hingesetzt und habe gearbeitet, bis ich hier diesen Stream angeworfen habe. Wow, fleißig. Ja, pass mal auf. Hast du eine Deadline? Ja, und ich werde mich auch, werde mich auch nach diesem Stream wieder hinsetzen, nachdem ich ihn ausgeschaltet habe und weiterarbeiten. Ja, so ist das Leben. Ah. Money, money, make the world go round. Wie spielt ihr eure Hexen eigentlich? Offen aus Lebendes zaubern oder viel in Heimlichkeit? Offen. Offen? Also, ja, die Kiritschida war nicht eine offene Hexe, die war irgendwie ganz witzig, weil sie ja eigentlich Attentäterin ist und Attentäterin oder Tilgerin des Hässlichen, weil sie halt ganz offen Maraskanerin halt, die haben ein anderes Verhältnis zu Tod und so. Ja. Und die bornische Hexe ist eine offene Hexe. Mhm. Ja. Ja. Ich hab, ähm, also, Schulina kennen ja wahrscheinlich die meisten meine Vorzeigehexe, die geht damit ja ganz offen um, die kommt aus Aranien, da ist Hexe sein was Tolles und auch Hexe sein und Herrschen schließt sich nicht aus. Das heißt, die geht damit ganz offen um und sagt ihr das auch direkt ins Gesicht. Das war auch, glaube ich, am Anfang meinen Kameraden ein bisschen unangenehm, dass sie das so gemacht hat und gesagt, natürlich bin ich Hexe, was wollt ihr überhaupt? Ja. Und die das mit einer ganz, ganz großen Selbstverständlichkeit einfach vor sich hergetragen hat, weil da, wo sie herkommt, ist das einfach etwas total Tolles. Und das fand ich schön, das finde ich ein super Konzept, also so eine Person, die wirklich keine Ahnung, wie der Gildenmager hingeht und sagt, ich bin da und da und habe das und das studiert und blablabla. Ja, so jemand, nur als Hexe. oder sie hat doch oft selbstverständlich davon, ist sie davon ausgegangen, dass die Leute natürlich wissen, dass sie eine Hexe ist. Also so. Ja, klar. Und dann habe ich die Hexen, die ich in Pen & Paper gespielt habe, war es unterschiedlich. Also ich habe einen Riesenstapel an Charakteren und ich habe auch über die Jahre viele Hexen gespielt nach dieser Novadi-Hexe. Ich habe eine Hexe mit Saori Hintergrund gespielt. Ich habe eine Hexe gespielt, die aus dem Borland kam. Ich habe bestimmt noch mehr Hexen gespielt. Egal. Aber auf jeden Fall war das unterschiedlich. Also die Novadi-Hexe wollte tatsächlich um keinen Preis in der Welt zugeben, dass sie eine Hexe ist. Ja. Also sprich, die hat sie als normale Novadi ausgegeben und hat nicht zugegeben, dass sie eine Hexe ist und hat auch ihre Zauber immer verborgen, nur heimlich gezaubert und hat auch, ich weiß nicht, wie der heißt der Zauber, Schleier der Unwissenheit? Mhm. Ja, wo man quasi astrale Signaturen verbergen kann. Ja. Also bis ans bittere Ende. Der Spieler des Magiers in der Gruppe wusste natürlich, dass ich eine Hexe spiele, aber ja, der hat dann auch immer versucht, mit seinem Magier rauszufinden, also sie quasi zu enttarnen und irgendwann musste sie dann jemanden heilen, weil es wirklich eng auf eng war und der Magier war alle und dann ist es halt rausgekommen. Und die, bei der bei der Sauri-Hexe weiß ich es glaube ich gar nicht mehr. Ich glaube, die hat das relativ offen gehandhabt, also zumindest mit ihrer Abenteurergruppe. Ich finde es auch immer, wenn man Figuren hat, die ein Geheimnis haben, finde ich, ähm, muss man auch immer so ein bisschen Metagaming betreiben und unterscheiden. Ich finde es nett, wenn die anderen Spielenden das dann wissen. Klar wäre es natürlich auch geil, sie zu überraschen, aber dann hat man halt, finde ich, immer so Situationen wie, oh, ich muss mit dem Spielleiter Zettel schreiben oder ich muss mit dem Spielleiter alleine reden und die wissen, die Leute sind auch nicht doof, mit denen du spielst, die wissen dann, dass mit deinem Charakter irgendwas komisch ist. Und deswegen kommuniziere ich das inzwischen meistens offen, wenn ich sowas mache, also wenn ich Charakter spiele, dir vorgibt, etwas anderes zu sein. Ähm, also ich hatte zum Beispiel einen NSC auch eine ganze, ganze Weile, die war Händlerin offiziell und inoffiziell war die auch Hexe. Ähm, oder wir hatten einen SC bei uns in der Gruppe, die war, das war eine mittelreichische Adlige, die war auch eine Hexe. Ähm, und die hatte halt einen Falken dabei und hat halt gesagt, ich habe eine Falknerin. Ja. Ja, das ist mein abgerichteter Falke. Ja. Ich bin die Tochter des Barons, was willst du eigentlich, du Penner? Ich glaube, in meiner DSA-Gruppe war das auch so, da habe ich eine Saori-Hexe gespielt, die hatte sogar einen richtig tollen Wagen. Ähm, und die Gruppe wusste das, dass ich eine Hexe bin, aber alle anderen durften das nicht wissen. Mhm. Das war dann auch so schwierig. Ja, also ich finde das gut, wenn die Leute das wissen, mit denen ich spiele, aber die können es dann, die können dann auch wirklich, ja, keine Ahnung, die Charaktere dümmer spielen, als sie eigentlich sind, um dann so ein bisschen einen Running Gag draus zu machen, ja, oder sowas, also finde ich, das ist, sollten wir vielleicht irgendwann mal drüber reden, wäre vielleicht ein spannendes Thema, tatsächlich, also so, so Metagaming, Charaktergeheimnisse, wie geht man miteinander um, wie geht man mit sowas um. Das ist noch die Frage, wie ist es denn mit den vertrauten Tieren? Muss man als Eulenhexe oder Katzenhexe eben genau dieses Tier haben, oder kann man als Eulenhexe auch eine Spinne haben? Nee. Wenn du eine Eulenhexe bist, hast du eine Eule beziehungsweise ein, oder ein anderes nachtsichtiges Flugjagdtier. Ja, also, wobei... Wenn du eine Spinne hast, bist du, hast du eine Spinnenhexe. Das ist ja so, dass, also ich weiß, vorher gab es Schwesternschaften, da konnte man, da gab es halt die Hexe und dann hat man aber nichts regeltechnisch groß geändert, sondern man hat einfach gesagt, ich bin eine kotzen, ollen oder hast du nicht gesehen, Hexe gehören zu der und der Schwesternschaft. Und die Vorgabe war eigentlich immer, dass folgende vertrauten Tiere sind typisch, also jetzt, keine Ahnung, bei der Schwesterschaft der Wissenden, ja, das sind dann, die haben oft folgende vertrauten Tiere, also zum Beispiel Schlangen, ja. Oder Salamander. Oder Salamander, oder solche Sachen. Eidechsen. Genau. Und, ähm, man konnte aber auch eine Hexe theoretisch spielen, weil es regeltechnisch eben da keine Festlegung gab, ähm, die dann dabei war, aber halt eine Katze hatte, war halt, war halt dann so völlig ungewöhnlich, aber ging theoretisch. Und bei DSA 4 hatte man dann halt diese Verknüpfung von diesen Schwesterschaften wirklich auch so irgendwie mit einem konkreten Wertepaket, ja, aber auch da konnte man sich theoretisch immer noch ein anderes Vertrautentier aussuchen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei DSA 5 ist, ich weiß aber, dass sie die Professionen umbenannt haben, was eigentlich ganz gut ist, also da heißt man dann nicht irgendwie, die Professionsschwestern schafft von, nee, Seherin von heute und morgen, was irgendwie uneingeweiten nicht so wirklich was sagt, das ist so ein bisschen wie Geheimsprach, ähm, sondern die Professionen heißen wirklich irgendwie, keine Ahnung, Schlangenhexe, ähm, Katzenhexe, Spinnenhexe, und ich glaube, wenn man die wählt, wäre es schon irgendwie doof, wenn man dieses Vertrautentier auch nicht hätte, aber, behaupte mal, Unmögliches nicht. Ja, also es passt schon, also wenn man jetzt mal überlegt, dass die Verschwiegene Schwesternschaft ja eher so die Hexenjägerjäger sind, ähm, dass man als Verschwiegene Schwester auch eine Katze zum Beispiel hat, vielleicht eine, oder gar kein vertrauten Tier, oder gar kein vertrauten Tier, oder vielleicht eine Waldkatze, oder irgendwie, ähm, irgendwas Kämpferisches, was irgendwie sehr nachtaktiv ist oder so, das finde ich, würde schon passen, auf jeden Fall. Hm, ne, klar, also ich, bei mir als Spielleiter darf man alles, wenn man, wie gesagt, wenn man mir erklären kann, warum man unbedingt ein Zwegelefant als vertrautentier braucht, oder ein Pinguin, ein Lachs oder eine Otter, dann, wenn man das sinnvoll begründen kann, dann geht das. Ich fand zum Beispiel auch Affen doof, deswegen wollte ich mit meiner Zauri-Hexe keinen Affen haben. Ich hatte einen Affen, ja, der bekam einen Namen, wir hatten einen Mitspielenden und der, der nannte, der, der meinte, redete plötzlich mit meinem Affen und gab ihm einen Namen, der Affe hatte vorher gar keinen Namen, tatsächlich, darüber hatte ich mir keine Gedanken gemacht und dann hieß mein Affe Kavaliere Pipo, Pupoia Palma. Das war ungewöhnlich. aber, Kavaliere. Ja, der Kavaliere Pipo, der Palma. Das war dann mein Affenvertrautentier. Ich hatte einen Affen, ich wollte unbedingt einen Affen, ich fand es voll galtig. Warum wolltest du keinen Affen? Ich finde Affen irgendwie doof. Oh mein Gott. Also eigentlich finde ich sie auch niedlich, aber als vertrauten Tier fand ich sie irgendwie nicht cool genug, vermutlich. Ja. Also, die hatten ja auch bestimmte Sachen, die die konnten, aber ich fand, das immer total nützlich, also weil sie war eher so eine... Nicht edgy genug, weißt du? Ach so. Ja. Nee, edgy war der überhaupt nicht, aber der hat halt immer ständig alles aufgegessen und Unsinn gemacht und Sachen mitgenommen und so und das war eigentlich immer sehr lustig. Ich wollte gerne mal gerne edgy sein früher. Okay. Ja, das wollte ich auch, aber es hat nie so wirklich geklappt. Es hat gerade jemand geschrieben im Chat, die alten Schwesternschaftsbezeichnungen für die Hexen seien irgendwie schöner gewesen. Ja, total. Also, ich finde so vom wie es klingt, finde ich so Sachen wie, keine Ahnung, eben verschwiegene Schwestern oder Seherinnen von heute und morgen, hatte ich ja schon gesagt oder Schwester der fahrenden Gemeinschaft oder schwarze Witwin statt Spinnenhengse, finde ich natürlich super schön. Aber ich finde halt auch, wenn es an Professionen geht, ich weiß doch dann nicht unbedingt, was das ist, wenn ich das jetzt so lese, ohne den Background zu kennen. Ja, Schöne der Nacht ist halt auch, sind wir nicht alle nachts schön? Entschuldigung. Also, das kommt drauf an, wie viel Alk man intus hat, würde ich sagen. Nein, das kommt drauf an, wie dunkel es ist. Das auch, ja. Ja, oder wie blind man ist. Malteuf gesagt, total solider Name für einen Affen, würde mich freuen, wenn ich solch gute Namenseinfülle für meinen NSC hätte. Ich weiß, wir sollen ja keine Werbung machen. Man soll sich auch nicht selbst lohnen, aber ich habe zufällig ein Buch geschrieben, das heißt Aventurische Namen. Damit kann, ich weiß, ich weiß, das ist echt dreckig, ich fühle mich auch schon ganz schlecht. Nein, ja, ich habe, ich habe es versucht auch hier, warte, warte, ich komme dran, oh nein, mein Arm ist zu kurz, mein Arm ist zu kurz, habe ich Hosen an, ja, ähm, Dinge, über die man sich Gedanken macht, wenn man unvorbereitet aufsteht. ich habe dieses Buch geschrieben, ich habe dieses Buch geschrieben, Aventurische Namen, das gibt es auch im Taschenbuch, ist viel günstiger, oder als PDF, ich empfehle es immer als PDF, äh, da kann man NSCs benamen. ich habe dieses Buch übrigens geschrieben, weil ich darin nicht gut bin. Ich brauche solche Nachschlagdinge. Ähm, oh, da hat jemand geschrieben, gekauft. Danke. Yay. Ja, ähm, genau, also, falls ihr Probleme habt, Dinge zu benamen, dieses Buch hilft enorm, und ich habe es aus dem Bedürfnis gemacht, ein tolles Nachschlagewerk zu haben, in dem nicht alles, aber einfach kacke viel drin ist, um sich kurzfristig Namen auszudenken. Ähm, ja, aber genau, Eigenlob, ich rieche es auch schon. Seid froh, dass ihr es nicht riecht. Ähm, ja, wo waren wir, bevor wir, bevor wir völlig entgleisten? Wir waren bei Vertrauten Tieren, glaube ich, und wie die Schwesternschaften heißen, und, ähm, ja, also, ich finde, ich finde tatsächlich auch die, die Bezeichnung schön, aber ich finde, wenn es so an Professionen geht, finde ich es total geil, wenn da einfach steht, wie es ist. Ja, ja, ähm, ja, und, ähm, was weiß ich denn noch in meinem, meinem wirklich, wirklich schlauen Ding, ähm, genau, also, ich hatte auch hier die Profession raus, so Affenhexe, gibt es Eulenhexe, Katzen, Krötenrahmen, Schlangen- und Spinnenhexe, glaube ich, aktuell. Genau. Ähm, das ist, Hexen sind so unterschiedlich, wie ihre vertrauten Tiere sagt man immer, ich finde aber, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Fluggeräte. Oh ja, Fluggeräte. Ich finde, auch Fluggeräte sagen eine Menge über Hexen aus. Oh ja. Ähm, wie eine Hexe fliegt, so lebt sie, klingt kacke, ne, aber, ähm, ist nicht so verkehrt. Ähm, wie macht, wie läuft das im Lab? Wird da überhaupt geflogen? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Aber wir haben auch Wechselnacht 2 Flugsalve gebraut. Habt ihr? Ja. Ja. Da haben wir Flugsalve gebraut und hatten, haben alle unsere Fluggeräte dabei gehabt, also, und die dann eingeschmiert damit, das war sehr schön. Also war alles dabei, von Stühlen bis Fässern, diverse Besen und Stöcker. Ja, Juni Vera reitet auf ihrem, Magierstab, quasi. Ähm, meine novadische Hexe. Wollte ja nicht, dass irgendjemand mitkriegt, dass sie eine Hexe ist. Das heißt, sie konnte ja natürlich nicht mit einem Besen fliegen. Das wäre sehr auffällig gewesen, wenn sie einen Besen gehabt hätte. Sie hatte ein vertrautem Tier, das war im Übrigen eine Schlange. Noch schlimmer, für eine Novadi. Eine Schlange dabei zu haben. Ja? Ich finde es großartig. So eine kleine Wüstenschleiche hatte die dabei und sie wollte natürlich auch fliegen. Ging aber nicht, weil konnte kein Besen mit sich rumtragen. Das ist ja so ein Dead-Give-away, wenn jemand mit einem Besen durch die Gegend läuft. das ist total bekloppt. Bist du entweder Putzfrau oder Hexe. Mhm. Ja. Oder beides sogar. Ja, und gute Tarnung eigentlich. Ich bin Reinigungsfachkraft. Was erlaubt ihr euch? Ja. Und dann bin ich auf die großartige Idee gekommen. Mir wird nur gerade klar, wie dumm es eigentlich ist. Ich habe ein Klapp-Stecken gehabt. Ein Klapp-Stecken. Und zwar, Achtung, stellt euch so den Standard-Stecken-Kampfstab vor. Nicht toll, nicht verziert, nicht gar nichts. Und in der Mitte ist ein Scharnier, damit man das Ding, damit man das Ding so halbieren kann. Und dann ist der Stecken quasi dann nur noch so lang, also so armlang. Und man kann ihn halt einfach nicht auffällig. Einfach so runterstecken. Und vor allem, es kämpft sich damit auch total gut, wenn er so ein Scharnier damit hat. Entschuldigung. Das ist ja so wie so ein Landschaft, weißt du, so klopp, 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 klopp. Kann ich übrigens auch drauf liegen. Ja, Klappstuhl. Ich wünschte, ich wäre auf die Idee gekommen und die hätte einfach immer so einen Kamelhaarhocker in der Wege gehabt. Ja, oder einfach so ein Römerstuhl. Ja, genau. Das wäre super gewesen. Aber auf die Idee bin ich, es ist mein Teenager, ich einfach nicht gekommen. Das Einzige, was mir eingefallen ist, war ein Klappstecken. Und sie hatte halt dann diesen Klappkampfstab. Mit dem hat sie aber auch gekämpft. Das hat auch nie jemand bemängelt, dass er ja eigentlich ständig zusammenklappen müsste. Sie hat ja auch schon eine normalische Hexe gespielt. Dann kann man auch einen Klappkampfstab haben. Ja, aber das sind so die Verzweiflungstaten. Ich muss mal gucken, irgendwie, ich habe auch ein Bild davon gehabt, wie dieses Gerät aussieht. Aber wie gesagt, das ist über 20 Jahre her. Vielleicht finde ich es eines Tages. Und ja, aber es gibt so viele schöne Möglichkeiten. Also es gibt zum Beispiel, es gab diese Hexe, oh, hat schon jemand geschrieben? Genau, hier. Es gibt Hexen, die fliegen in ihr Maraskhanisch. In Hartholz Hanisch. Das stelle ich mir auch nicht bequem vor. Nee, aber es ist so, wie so Superman kannst du dann mit drin fliegen, weißt du, so. So statt Iron Man, Holzman oder Holzwummen. Holzwummen, ja. Schneidbrett ist ja auch geil. Ich meine, wir haben ein so großes Schneidbrett mit Griff, da kann man super drauf sitzen. Was ist ein Schneidbrett? Ist das so ein Shoppingboard? Ja, ein Shoppingboard, genau. Okay, okay. Ja, ja, es gibt wunderschöne Sachen. Also wir hatten, ja, wie gesagt, also meine Schuhländer, die fliegt auf einem Teppich. Das ist eigentlich, also beziehungsweise sie ist erst auf einer Bastmatte geflogen, weil ich ja definiert habe, Bast ist natürlich Holz, ein Holzerzeugnis. Und deswegen kann man natürlich auch so auf einer Bastmatte, die so eine bessere Fußmatte ist, fliegen. Und danach hat sie dann einen fliegenden Teppich bekommen, der natürlich nicht aus Holz ist, aber dann brauchte sie die Bastmatte ja nicht mehr. Und die war auch ziemlich im Arsch. Ja, ja. Bastmatte. Der Teppich ist inzwischen auch ziemlich im Arsch. Aber also, sie fliegt halt seit dem Teppich. Vorher, wie gesagt, so Fußmatte. Bessere Fußmatte. Und, ähm, aber ja, es gibt tolle Sachen. Also man kann in einem, man kann auf so einem, auf einem Bollerwagen, habe ich Hexen auf Kunst mitbekommen, also auf einer Lab tatsächlich. Da hatte die Hexe einen Bollerwagen dabei und hatte auch lauter Krempel drin. Sie ist natürlich damit nicht geflogen, weil es lässt sie eben da ein bisschen schwierig darstellen. Aber das war ihr Fluggerät. Ähm. Oder, äh, Skier. Hexen auf Skiern. Wie geil! Wie geil! Ja. Kein Scheiß. Also ich meine, da braucht man natürlich ein entsprechendes Setting. Aber wenn man irgendwie im ewigen Eis spielt oder im hohen Norden, wo es halt wirklich ständig schneit oder so. Oder du hast eine Hexe, die wohnt einfach irgendwie am Berg. Hexe auf Skiern oder auf Schneeschuhen. Die sind auch komplett aus Holz. Ja, geil! Ja, so fliegende Schneeschuhe. Ähm. Also. Mega gut. Klappkampfstab. Das, was? Was? Was passiert hier? Bäckerschaufel. Oh, das ist auch nicht schlecht. Das ist quasi ein, ein, ein... Klappkampfstab, das muss in die nächste Rüstkammer. Nur als Fokusregel zwei. Ja, weiß ich nicht. Ich kann es ja mal vorschlagen, aber vielleicht... Oh ja, Reisetruhe. Auch nicht schlecht. Das ist, also, das Ding ist, es gab ja teilweise auch Regeln oder Vorschläge zumindest, ähm, wie bequem das dann auch war. Und es wurde dann zum Beispiel auch immer gesagt, naja, also wenn sie auf einem Besenstiel sitzen und zum nächsten Treffen fliegen, dann tut der Bobbis schon arsch weh. Ja. Nicht nur der Bobbis, meine Lieben, das ist wie ein unbequemer Fahrradsattel, da kann einiges einschlafen. Da kann alles wehtun. Ja, alles, alles. Ähm, aber ja, das ist dann halt so, keine Ahnung, Schaukelstuhl. Aber das Problem ist, du musst ja immer, als Abenteuerin, musst du ja immer die Balance schaffen, zwischen kann ich es irgendwie mit mir rumschleppen. Genau. Ähm, weil theoretisch könnte man auch mit dem Planwagen fliegen, den man gerade fährt, aber es ist halt ein bisschen groß. Ähm, und, ja, und zwischen, wie kann ich es auch mitnehmen, ja, wenn wir in Dungeon gehen, zum Beispiel, kann ich ja keinen Schaukelstuhl mitnehmen. Schwierig, ja. Schwierig. Also, also kann ich schuhen. Schaukelstuhl mit Nanny Org, ja. Ja, aber der Klappstuhl, der Klappstuhl ist, glaube ich, 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 ich lieb das, weil das hat auch Scharniere, das hat Scharniere, wie mein, wie mein schöner, wie mein schöner Klappkampfstab damals, und es ist bequem drauf zum Sitzen, und man kann es relativ klein machen. Ähm, Steckenpferd, ja, genau, das gab es auch schon. Äh, Hundehaus, Holzschaukelpferd, total schön. Ähm, könnte eine Hexe eine Lanze reiten, absolut. Ja, könnte sie. Absolut, wenn die aus Holz wäre, und es keine Kriegslanze ist, geht das. Ein Paddel, ja, Paddel geht auch, gut. Hier rutscht auch ein Holzkanu, spricht nichts gegen. Eine Holzkraxe. Also wichtig ist, es muss aus Holz sein, oder eine Kiepe hatte zum Beispiel jemand geschrieben, das finde ich auch geil, du kletterst dann in die Kiepe rein, mhm, und, ähm, und fliegst, also, als Adler, der Gehexe, hast du bestimmt einen Diener dabei, der die Reiseschaugestuhl für dich trägt, natürlich, du hast dann so zehn Mann Gefolge, ja, auf jeden Fall, ja, so zehn Mann Gefolge im Dungeon, hast einen mit einem roten Hemd, der geht dann voran und trägt die Fackel. mhm, ja, nee, aber das darf ja aber auch nicht zu groß sein, dass das Gerät, weil du machst ja nur eine bestimmte, ähm, eine bestimmte Menge an Seite, das muss halt auch komplett eingeschmiert werden dann, ne? ich glaube auch die Hexe mit dem, mit dem Planwagen, also, ich meine, wenn der wirklich klein ist, also, keine Ahnung, so Bollerwagengröße, aber alles, was größer ist, da bist du auch auf dem Hexenfest sehr unpopulär. Ja. Dann so, ach, Al-Runa schon wieder. Ja, man könnte sich vielleicht zusammenlegen, wenn mehrere Hexen zusammen ihre, 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 wenn sie sagen, hey, ey Mädels, wir wohnen eh zusammen, wir haben hier so eine Dreier-WG, ähm, und wir packen alle zusammen, und dann können wir unseren großen Bollerwagen einspielen und mit dem, äh, zum nächsten, ja, aus Verkauf fliegen, ja. Ja, ja, also gibt's Möglichkeiten, aber wie gesagt, also ich finde jetzt auch so Holzfloh, es kann fliegen und schwimmen, ist saugeil. Ja, also, wie gesagt, ich finde, man kann so viel Individualität zu einem Charakter geben, allein, ja, gar nicht mal durch regeltechnische Sachen groß, also gar nicht mal durch, welche Sprüche wähle ich mir oder so, weil so die Chorsprüche, die bei Hexen cool sind, auch wenn es inzwischen ziemlich viele gibt, sind eigentlich immer die gleichen, aber ich finde, man kann so wahnsinnig viel ausgestalten an dieser Charakterklasse, einfach durch die Wahl des vertrauten Tieres, das finde ich super, super wichtig, des Fluggeräts, ja, und dann halt wirklich so Sachen wie, okay, in welche Richtung identifiziere ich mich so geistig, ja, also, sprich, Schwesternschaften und so weiter, und, ja, weiß ich nicht, habt ihr schon mal einen allroundigen Homolunculus gehabt im Spiel? Ich bin mir immer noch unsicher, was ich davon halten soll. Ich habe es tatsächlich noch nicht gehabt, aber ich will es unbedingt haben. ich finde, den habe ich noch nicht. Die sind, die sind total goldig. Habe ich ein Bild da? Nee, ich glaube, ich habe das aus dem Ordner rausgeworfen. Nee, gerade nicht, aber, also, finde ich total süß. Also, haben die jetzt gerade so, ich weiß nicht, wo war es drinne? Im Herbarium? Im Transmutarium? Ich weiß nicht, ich komme mit den Buchtiteln durcheinander, aber auf jeden Fall, da waren Werte dafür, drinne, oder überhaupt so, die, die, die ganz kleinen, diese Homonkoli, waren total goldig. Ich will sowas unbedingt mal haben im Spiel. Hm. Ja. Ja, aber, genau, Väter und Tiere. Dann wir, ja, wie gesagt, tausend, tausend Gründe, um Hexen, Hexen gut zu finden. Auf jeden Fall. Ich hatte noch, ah, ich hätte vorher noch gesagt, oh, ich habe noch Bilder. Ich habe tatsächlich noch Bilder. Oh, je. Um mal so eine Idee zu geben, wie Hexen früher auch so ausgedreht haben. Das ist eine Illustration, Kayat aus, aus, ich glaube, sie war auch in Wege der Zauberei, aber sie ist schon wesentlich älter, als es lieber vorher auch woanders drinne. Das sind so Hexen beim Kesselbraut. Wer weiß was, aber. Ich finde das immer so witzig, dass in den Zeichnungen gibt es entweder die alte Hexe, mit so einer Hakennase und hässlich oder so, und die super, super schöne, das heiße Supergerät. Also entweder ober, es gibt irgendwie nichts dazwischen, so die, so die Hexe von nebenan, weißt du, so wie du und ich so. Die Durchschnittshexe. Ja, die Durchschnittshexe halt so. Ja. Es ist so die, die, die klassische, die klassische L, weißt du, es gibt immer nur irgendwie XXL und XS. Ja, wobei, Entschuldigung, kein Covid. Mal gucken. Können wir weitergucken. Was gibt es sonst noch so? Du hast recht, ich sehe ein Most. Ne? Ja, das ist auch eine Kajat-Illustration. Ich finde die super cool, die mag ich sehr gerne. Wege der Zaubererei, ich finde die auch super. Ich finde auch gerade diese alte Vettel mit ihrem Rahmen, finde ich toll mit diesem total zerfransten Umhang. Da kann die Katzenhexe gegen abstinken irgendwie. Ja, aber ich mag das, was sie anhat, die Katzenhexe, das finde ich sehr hübsch. Ja, nee, absolut. Ich finde auch diese typische Katzenhaltung von, ich hänge so zwischen zwei Beinen und um ein Bein rum und schmiege mich und wenn sie auch nur einen Schritt tut, dann legt sie sich aber sowas von auf die Banatze. Ja. Aber das ist halt so, ja. Daunay sagt, ich würde mal gerne eine schöne Alte sehen oder eine hässliche Junge. Ja. Ja. Hallo, liebe Dessa Art Direktion. Also, hallo Nadine, falls du das jemals siehst oder dir jemand davon erzählt. Eine hässliche junge Hexe und eine heiße Alte. Wobei, mit einer heißen Alten kann ich, glaube ich, dienen. Moment. Wo haben wir denn hier? Hexen. Ich hätte es vielleicht, kennt ihr das, wenn man Bilder einfach nicht so benennt, dass man danach noch weiß, was es ist? Ja, das mache ich gern. Ich störe ständig. Ja. Hexen. Okay. Here we go. Ich habe hier mal aus dem, das ist jetzt natürlich doof, weil es ist über uns drüber. Geben. Aber es ist über uns drüber. Es tut mir leid, ich habe keinen Hintergrund dahinter gemacht. Ah. Das sind Hexenarchetypen aus aventurischer Magie, glaube ich. Oder, ich glaube, ja. Das sind unterschiedliche Hexenarchentypen, die man spielen kann. Und auch da ist eine Alte dabei und ich würde schon sagen, die ist relativ heiß und fit. Die ist ja heiß, ja, definitiv. Also, die ist relativ heiß und fit. Es gibt allerdings keine wirklich hässliche... Die sieht aus wie Sigourney Viva. Findest du? So ein bisschen vielleicht, ja. Ja, und es gibt sogar einen Typ. Einen Typ mit einem fetten, unleichtlichen Kauz. Finde ich aber auch cool. Ne, aber das sind so unterschiedliche Typen. Also hast du die Schlangenhexe, die Spinnenhexe, die Rahmenhexe, die grünen Hexe, die Katzenhexe und den Eulenhexer. Mhm. Ja, also fehlt natürlich noch. Gibt noch andere, aber... Ah, cool. Ja. Tianan sagt, also die mit der Spinne würde ich jetzt nicht auf Annibe als Hexe erkennen. Ja. Ist aber auch ganz cool. Ja. die sieht eher aus wie so eine heiße Gothic-Schickse. Mhm. Ähm, aber ja, ist gar nicht uncool, dass man die vielleicht nicht auf Anhieb als Hexe erkennt. Wenn du die Katze wegnehmen würdest von der tolamitisch angehauchten Dame, zweite von rechts, dann würdest du die auch nicht unbedingt als Hexe erkennen. Und das ist ja so irgendwie so ein bisschen der Charme. Es gibt High Heels in Aventurien? Ja. Manchmal. Es gibt alles in Aventurien, was du möchtest. Es gibt. Vor allem. Was der Meister zulässt. Ja, Hosentaschen sowieso. Hosentaschen. Das war eine sehr große Forendebatte, in der sich Leute sehr empört haben. Nee, echt? Oh mein Gott. Nein. Dass Hosentaschen zu modern sind. Darüber müssen wir jetzt auch nicht ausführlich reden, aber Anlass dafür. Nee, bitte nicht. Nein, aber Anlass dafür war, dass ich in einem Roman, ich habe in einem Roman erwähnt, dass jemand etwas aus seiner Hosentasche holt. Und, ähm. Oh nein. Ja, und dann gab es einen Shitstorm. Eine sehr lange Debatte inzwischen, was dazu geführt hat, ist inzwischen bei DSR 5, weil es ist ja im Fantasy-Setting, natürlich gibt es Hosentaschen, dass da inzwischen sogar man sich Hosen kaufen kann in Preislisten. Und es gibt sogar für Aufpreis Hosen mit Hosentaschen. Sehr gut, ja. Fun Fact, ich nähe zum, überall, wenn ich mir irgendwas fürs Lab nähe, immer Hosentaschen in meine Röcke. Oder meine Kleider. Oder auch Ärmeltaschen, weil du willst doch irgendwo dein Kram reintun. Ja, total nützlich. Matt Röpke, vielen Dank für das Prime-Abo. Dankeschön. Ja, aber genau, Hexen können sehr unterschiedlich sein, Hexen können sehr unterschiedlich aussehen, Hexen können sich auch ganz unterschiedlich spielen. Ganz unterschiedlich, ja. Und ich finde, es hängt halt viel vom Hintergrund ab, es hängt viel von der Region ab, aus der die Hexe stammt auch, die sehr, sehr prägend sein kann. Also als Beispiel jetzt zum Beispiel Nummer Aranien, wo Hexen wirklich ja auch in herrschen können, in Machtpositionen sind und es sehr angesehen ist, eine Hexe zu sein, was damit zusammenhängt, dass zum Beispiel Magier eher misstrauisch beäugt werden. Die sind ja nicht so begehrt in Aranien und auch nicht so beliebt. Und dann auf der anderen Seite, keine Ahnung, eine Figur, die ich auch insgesamt toll finde. Wir haben noch gar nicht über berühmte Hexen gesprochen. Hast du so ein Hexeneidel aus so irgendwie der Vergangenheit oder ein NSC, den ihr mal getroffen habt beim Spiel oder so, wo du gesagt hast, so, wow, hat mich total weggeblasen. Ich finde, ich finde die Hexen, die den riesen Milsiness verflucht haben, die finde ich irgendwie ganz cool, aber ich habe nicht wirklich so einen Hexeneidel. Ja, okay. Ich habe, ich habe glaube ich, viel zu viele, befürchte ich. Aber ich kann ja mal, also eine Figur, die ich unglaublich toll finde, ist Tula von Skerdu. das ist eine, eine Torwalsche Hexe, die auch relativ früh schon illustriert wurde. Ist die hier drin? Ich bin nicht sicher. Ich glaube nicht. Aber die ist, es ist eine Frau, die wird dargestellt, halt mit Glatze, also mit abrasiertem Haar, bis auf so einen, so einen langen, geslochtenen Zopf. und Torwalerin, nicht sehr groß, auch so vom Typ her relativ dunkel. Und ja, von der wird gesagt, dass sie auf einer, einer Insel wohnt, auf den Allportsteinen. Und doch, die ist hier drin, ich wusste es. Haha. Okay. Und das ist, das ist Tula. Ja, ja. Tula von Skerdu. Ist ein bisschen unscharf. Aber ja, halt mit diesem tätowierten Schädel. Und, ähm, Kayama, wenn wir schon da haben. Hier, Tula von Skerdu, Geburtsdatum, unbekannt. Eine Hexe, die auf Skerdu, einer Insel der Allportsteine, lebt und mindestens ein Drachenschiff ihr eigen nennt, mit dem sie bisweilen auf Kaperfahrt in den tiefen Süden fährt. Ja, das war so das, was über Tula bekannt war damals. Und, äh, super viele Begegnungen oder so. Gibt es mit der auch nicht. Also ich weiß, ich glaube, bei Friedlos konnte man sie treffen. Ähm, aber, also in dem Abenteuer Friedlos. Ähm, und, ja, fand ich eine unglaublich faszinierende Person einfach, weil es halt immer so diesen, diesen dunklen Mythos um sie gab und man nie so genau wusste, was geht. Ähm, ansonsten, Glorana? Hm? Glorana? Glorana? Ja, also, ähm, Glorana, ja, ähm, war ja so die, die Eishexe danach quasi, die so ein bisschen abgezogen wurde wie die Schneekönigin. Mhm. Ähm, dann auch Heptachien im, im hohen Norden, auch ne, auch ne gute Figur hab ich aber tatsächlich im Spiel so nie wirklich, ähm, mit ihr groß zu tun gehabt. Tatsächlich, ähm, dann, was hatte ich noch, Lutzelin halt, ähm, hauptsächlich aber auch wegen Begegnungen im Abenteuer, also zum einen halt in dem, in die ursprüngliche Begegnung im Abenteuer Hexennacht, aber dann halt auch in der Borbrandkampagne, wo sie ja so ne, ähm, ne sehr bewegende Rolle auch hat, wenn man mich weinen sehen will im Stream, guckt euch die Folge an, in der wir Lutzelin treffen. Oh, okay. Ähm, ja, ähm, genau. Was ist mit Dimiona? Ähm, Dimiona, ja, okay, äh, zu Dimiona hab ich natürlich ein besonderes Verhältnis, ähm, Dimiona ist, ähm, auch ne Heftarchen, eine ziemlich, ziemlich fiese in, äh, in, äh, die in Aranien quasi die Macht an sich geritten hat, äh, nach Borbarat und, ähm, sie war Prinzessin von Aranien und, äh, hat dann quasi ihr eigenes Horrorreich Oron, über das wir jetzt nicht weitersprechen im Detail, weil das echt schlimm ist, ähm, gegründet, wo viel auf Unterwerfung und, äh, unschöne Dinge und Gewalt, äh, gegen Untertanen und sexuelle Dominanz ausgelegt war. Ja, ich glaube, das reicht zur Einschätzung dafür, dass es nicht so nice ist. Und, ähm, ja, Dimiona von Zorga, ähm, auch eine Hexe und, ähm, ja, hat so ein bisschen einen schlechten Beigeschmack für Hexen hinterlassen, war so, war so toll, die, eine der wenige Hexen, die in der Borbarat-Kampagne richtig prominent vorkommt, also, äh, also, oder so in The Aftermath, sie, Glorana, und was sind die beide? Heptarchinnen. Mhm. Also, ich meine, ich finde es gut, dass Hexen auch, äh, auch, auch große Rollen einnehmen dürfen und sowas, aber es ist auch wieder so, die Hexe als Antagonistin. Danke. Ähm, und, ja, Dimiona habe ich auch gespielt in der Borbarat-Kampagne, als wir die Bösen gespielt haben, tatsächlich, weil in unserem B-Venturien, also in unserem, nicht ganz, äh, Aventurien, sondern unserer instanzierten Version davon, ist das, äh, Schulina ist Schwester. Und, weil das irgendwie logisch war, dass sie ähnlich aussieht wie Schulina, habe ich dann einfach auch meine, meine Schwester gespielt. Dimiona. War sehr schön. War sehr aggro, die Frau. In, in meiner Interpretation. Wobei, tatsächlich ist sie nicht so aggro wie Schulina, sie ist so völlig beherrscht und rastet dann irgendwann ohne Vorwarnung. Völlig. Das finde ich passt aber gut. Mhm. Das passt, finde ich aber ganz gut. Ich wollte sie auch anders machen als die aventurische Dimiona, die ja wirklich so völlig impulsgetrieben ist. meiner Meinung nach und, und so wirklich eine intrigante Bitch und ich wollte die Dimiona in Beventurien, war eigentlich die Idee ist wahrscheinlich in dem einen Abenteuer nicht rausgekommen, aber die Idee war halt, das ist eine eiskalte Karrieristin, die immer alles gemacht hat, alles richtig gemacht hat, um nach oben zu kommen und die hast einfach ihre Schwester, weil ihre Schwester hat nie alles richtig gemacht und ist trotzdem immer besser als sie. Ja. Ach, tragisch. Tragisch. Ja. Genau. Ja, Dimiona, Purana, Luzelin. Bei Luzelin fand ich es halt schön, das war so ein bisschen so, ja, fast schon eine Mentor, Mentorin. Ja. Und auch wirklich eine Figur, die lange da war, über die es viele Legenden gab. Das weiß ich nicht. Wechseln Hexen auch mal ihre Tiere, ihre Schwestern schafft, fragt Mitsukake. Ja. Ich würde nicht sagen, das ist unmöglich. Also ich würde sagen, wenn dann passiert sowas oft in der Ausbildung, also zum Beispiel, dass du von einer Hexe ausgebildet wirst und du hast wirklich so gar keinen Draht, dass du dann zum Beispiel zur Großcousine dritten Grades nach so und so abgeschoben wirst oder weitergereicht wirst, damit du passend ausgebildet wirst. Ich glaube, das Vertrauten-Tier-Wechseln ist schwierig, weil wenn du einmal ein Vertrauten-Tier hast, das ist ja wirklich eine Seelenbindung. Du gibst ja dann alles für diese Verbindung und wenn das Tier mal nicht mehr ist, glaube ich, kannst du froh sein, wenn du jemals wieder so eine Verbindung findest. Das könnte dann natürlich auch zum anderen Tier sein, klar. Aber ich glaube, die wenigsten werden das wahrscheinlich haben. Also ich habe, glaube ich, das hier zum Spiel nicht erlebt. Ich würde nicht ausschließen, dass das geht. Würde ich auch nicht. Also ich könnte mir halt sehr gut vorstellen, dass wenn wirklich mal irgendwie so ein einsteigendes Erlebnis in dem Leben einer Hexe passiert, dass wirklich auch ihre Persönlichkeit ändert und dann einhergeht mit dem Tod zum Beispiel des Vertrauten-Tiers, dass da vielleicht was Neues bei rumkommt. Aber ich würde sagen, es ist nicht unmöglich, aber ich würde sagen, es ist schon eher selten. Weil, wie gesagt, die Seelenbindung ja eigentlich etwas Permanentes ist. Ja. Also ich würde auch sagen, was haben wir denn noch an tollen, berühmten Hexen? Gewinner, die Hexe gibt es noch aus beiden, die so ein kleines bisschen merkwürdig bis irre ist und so auch so so ein bisschen eine Prophetin. Finde ich auch eine sehr spannende Figur. Heidruna, das war so eine klassische heilende Krötenhexe, aber die fand ich auch immer relativ cool. Die Koscher-Hexe, die im Kosch ist, Heidruna, die kam in Drattensang auch vor. Genau, und die mochte ich sehr gerne. Ja, die ist auch super wichtig. Also so eine, die hat viele Hexen und Hexen im Kosch sind auch sehr wichtig. Ah, genau, Verrindelwald war es ja. Ah, nein, die Gertimpelner Schwestern, ja. Ja, das sind die mit dem Milzines. Genau, das sind, äh, die Gertimpelner. Das habe ich wieder in den Ohrwurm. Oh, äh, Dame Hypatia sagt, ich spiele gerade ein Garret-Abenteuer auf die Suche nach der Grauen. Sind wir gespannt, ob wir sie finden. Ja, bin auch gespannt. Die Dregertimpeln, Schwestern im Bornland, so werden sie im ganzen Land genannt. Die Dregertimpeln, Schwestern im Bornland, der Riese Milzines in ihrer Hand, bumm, bumm. Das ist unsere neue Titelmelodie. Eigentlich musst du das jetzt nur einmal aussprechen. Ich bin schon still. Nein, gar kein Problem. Wir sind, hier ist, hier ist alles erlaubt. Es gibt hier keine, keine, ähm, Einschränkungen des Contents. Wir haben kein Konzept, wir dürfen alles machen. Da kommt sie, Ginocent, alles klar. Danke, Caro, dass du einspringst und hier rumlurkst. Ich wusste, dass du da bist. Ich habe dich gespürt. Es hat jemand im Chat auch von Nahima gesagt, ich habe das bewusst ignoriert. Ja, es gibt auch Gerüchte, die sagen, Nahima ist aus seinem Ei geschliffst und ist eigentlich eine Hexe. Aber rein regeltechnisch ist Nahima eine Magierin. Ja, rein regeltechnisch. Rein regeltechnisch ist Nahima eine Magierin. Da kann ich auch sehr empfehlen auf YouTube. Wir hatten einen sehr interessanten Dienst-Talk über Nahima. Guckt ihn euch an. Ja, da geht es als Eingemachte. Nur über Nahima, zwei Stunden lang, in epischer Breite. Mhm. Ja, kann man, kann man auch nicht gucken. Aber, ja, nein, kann man, kann man durchaus. Kann man, kann man, kann man auch sehr gut hören. Ich glaube, wir haben ja schon festgestellt, dass wir auch sehr gutes DSA ASMR machen würden oder DSA ASMR. Yes. Ansonsten Hexen. Ich überlege gerade noch, ob mir noch irgendeine Hexe einfällt, von der ich denke, sollte man, sollte man von gehört haben. Hm. Also ich meine, natürlich gibt es jede Menge berühmte Hexen. irgendwie so. Aber, nee, ich glaube, das Große habe ich erwischt. Wie gesagt, am wichtigsten ist es mir tatsächlich Tula, 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 weil ich finde, das ist eine Person, mit der man mehr machen könnte, irgendwie. Oder überhaupt irgendwas mal machen könnte. Weil die halt diesen, aber vielleicht ist sie auch so cool, weil sie einfach nie jemand angefasst hat, großartig, die nur diesen Mythos hat. Fährt auf einem verlorenen Schiff und alle sind ja irgendwie in sklavischer Liebe verfallen. Alle ihre, ihre Schiffsmannschaft. Das klingt gut irgendwie. Ja. Luzelin, ja, genau, Luzelin hatte ich, hatte ich schon erwähnt. Ja, Luzelin hat mich zum Weinen gebracht. Also nicht sie, eigentlich ihr Kater, aber also seine lange Geschichte. Ja, so. Pallikratz. Pallikratz. Die Hexenkatz. Ja. Wo ist eigentlich, wo ist meine Hexenkatze? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja. Du hast doch zwei Hexenkatzen. Ja. Guck mal her. Ja, nicht so süß. Kann man meinen Hintern sehen? Nee, nur. Nee, 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 nein, nein. Hast du jetzt die Katze aufgeweckt? Nein. Oh, hallo, Buna, bist du groß geworden, Baby. Bist du groß geworden? Guck mal, was du schon für Patsche-Patschen hast. Ja. Hallo. 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 Ja, meine Katze hat sich jetzt entfernt, holt voll aus ihrem Korb. Ich bin sehr süß. Ich bin sehr süß. Nee, leider kein Hintern sichtbar. Und jetzt schreiben sie nur noch Runa. Und es kommen viele Herzchen. Ja, genau. Also, ich glaube, wir haben, ich meine, wir könnten, wie gesagt, wahrscheinlich noch ewig weiter schwadronieren. Aber ich glaube, das Größte haben wir gesagt, wir haben ein bisschen über hexische Mythologie geredet. Ein bisschen über verschiedene Charakterkonzepte, tolle Fluggeräte, berühmte Hexinnen, Hex, Hex, Hexen, Hexen und Hexen. Es gibt eigentlich keine berühmten Hexer. Nö. Nee, gibt es nicht. Wie schwierig ist es überhaupt, einen Hexer zu erwürfeln. Und überall all diese Dinge. Der Chat, der Chat übrigens das Ergebnis der Umfrage vorhin, falls es jemand verpasst hat. Wir hatten gefragt, habt ihr schon eine Hexe gespielt? Und bisher noch nicht. Achtung, 45 Prozent haben noch keine Hexe gespielt. Ja. Allerdings sagen 34 Prozent, verbrennt sie alle, sagen 11 Prozent. Ich spiele nur Hexen, sagen 5 Prozent. Und interessiert mich null, sagen auch 5 Prozent. Das bisher noch nicht. Das sind viele. Und vielleicht haben wir ja dem einen oder der anderen Lust gemacht, auch mal vielleicht eine Hexe zu spielen. Ich würde mich auf jeden Fall voll freuen. Oh Gott, das ist wie ein Baby. Ja, sie mag das total gerne, witzigerweise so zu liegen. Die schläft dann auch. Meine Katze ist so, die mag es nicht explizit hochgenommen zu werden, aber es macht ihr nichts aus. Und die legt sich dann so seitlich und dann kannst du die so tragen, wie auf Teller. Und der andere, der mag es leider gar nicht. Der will immer runter. Nur eine brennende Hexe ist eine gute Hexe. Finden wir nicht. Du darfst das gerne du darfst das gerne so empfinden. Wir finden das nicht. Wir finden Hexen super. Wir spielen gerne Hexen. Iwi ist ja sehr generös. Hm? Was? Ach so, ja. Meine SL wollte leider keine Spielehexen. Das verstehe ich gar nicht. Das verstehe ich auch nicht. Warum? Das ist doch so schade. Das verstehe ich auch nicht. Ich finde, Hexen bereichern auf jeden Fall so das magische Gruppendasein. Und klar, es gibt halt so Sachen, weiß ich nicht, hatten wir gesagt vorhin noch, das ist, glaube ich, die eine Sache, wo ich sage, da können wir zum Abschluss noch drüber reden. Das ist eigentlich gar nicht gut, aber egal. Weil du gesagt hast, ja, meine Hexe hat dann immer mit dem Magier angewandelt und hat ihm dann Energie entzogen. Ja. Das sind zum Beispiel so Sachen wie der Läfternsfeuer. Ein Zauber, den ich so ein bisschen grenzwertig finde. Also, oder der generell so ein bisschen grenzwertig ist auch, weil es halt bedeutet, dass die Hexe mit jemandem schläft oder intim wird, um dann dem entweder die Regeneration zu stehlen oder ihre zu schenken. Und die Idee dahinter finde ich schon ganz schön, halt das als irgendwie was Körperliches zu sehen und so. Aber da ist halt natürlich auch die Sache, die Person, mit der man das macht, hat man vorher nicht unbedingt gefragt. Moment, ich habe eine schreiende Katze. Motschi. Motschi. Hallo. Guck mal. Sorry, sie hat gerade geweint. Oh, Baby. Wie weißt du, dass du... Oh, sie ist nass. Oh. Was ist passiert? Die Katze ist nass. Ich glaube, es hat auf die Katze geregnet. Ja, aber genau, man hat die Person, auf die man diesen Zauber wirkt, vorher nicht unbedingt gefragt. Das ist halt so das, wo ich halt immer denke, so... Ja, das ist schon grenzwertig. Das muss man... Also, es ist eine Sache, die man in der Runde vorher absprechen sollte, auf jeden Fall. Also, ähnlich wie beim Monster Hearts ja auch. Das ist ja auch teilweise ein bisschen das geht ja auch so ein bisschen ans Eingemachte und sowas sollte man vorher absprechen, ob man das machen darf und dann auch nur im vertrauten Rahmen und, ähm... Weil das ist halt schon, ja, körperliche Gewalt, sag ich mal, in dem Sinne, was dann da am Spieltisch aufgespielt wird. Es ist eine Übergrifflichkeit in jedem Fall. Genau, ja. Also, ja, man sollte definitiv vorher darüber reden, ob man sowas überhaupt im Spieltisch haben will. Das ist so die einzige quasi Inhaltswarnung, die man zur Hexe mitgeben sollte. Also, ich meine, klar, die kann dann natürlich auch verfluchen und schlimme Dinge tun, aber ich finde, das ist so das, was ich am generell am problematischsten daran finde. Aber ich hatte zum Beispiel auch schon und man exiliert vorher immer gefragt. Ja. Und dann gesagt, hallo, ich möchte gerne, dass du, dass es dir gut geht. Möchtest du, ähm, ja oder nein? Ja. Das hatte ich, das hatte ich dann auch einmal, also im Gegensatz, ich habe den Magen ja nicht, im Jahr nicht nur angezappt. Also, die hatten ja auch ein Verhältnis miteinander. Ähm, ich habe dem auch die nächtliche Regeneration auch geschenkt. Also, ich war auch großzügig. Mhm. Sehr großzügig. Ich war eine großzügige, der Nächste. Ja, nein, aber das ist, das war so das Einzige, weil ich weiß, wir hatten halt vorher gesagt, ja reden wir später nochmal kurz drüber. Ähm, ja, das ist halt so das Einzige, wo ich immer denke so, hm, ist das so gut oder nicht? Also, ich kann verstehen, woher es kommt. Ich finde die Idee dahinter auch nice, aber, ja, es ist halt einfach, es wurde übrigens auch nach Runas, Runas Beans gefragt, welche Farbe die, die Toe Beans haben. Schwarz. Schwarz. Die Toe Beans. Schwarz. Ja, äh, Kassira sagt, ich als Spieler vermeide diese übergriffen Gespräche und setze die nur sehr begrenzt ein. Die sind für meine Hexe eh last resort, weil irgendwie nimmt ihr das auch den Erfolg, wenn sie auf sowas zurückgreifen muss. Ja, definitiv. Also, gerade so eine Hexe, die ein bisschen was auf ihre Verführungskunst hält. Ja, die, und, und außerdem, man kann ja auch selber mit seinen Astralerlegi haushalten. was ist das denn? Man kommt ja super gut, ohne auch mit klar, auf jeden Fall. Ich kann mir, ich kann mir halt, was ich mir halt vorstellen kann, ist so zum Beispiel so ein Einsatz auf einem Hexentreffen zum Beispiel, keine Ahnung, wenn Hexen, die die Flugsalbe gebraut haben oder so, wenn man denen danach dann mal was Gutes tun will, nachdem sie sich da zum Wohle aller verausgabt haben. Das kann ich verstehen. Ja, aber, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie er jetzt regeltechnisch gelöst ist in der neuen Edition. Den gibt's bestimmt. Ähm, aber, gibt's bestimmt. Gucken wir doch gerade mal. Das Zielen brennt in leidenschaftlicher Zunenning zum Zauberer und wird sich diesem auf Wunsch hingeben. Betroffen sind nur solche Ziele, die prinzipiell an Spezies und Geschlecht des Zauberers interessiert sind. Na, immerhin. Aha, okay, das ist schon mal gut. Was auf streng asketisch lebende Personen ausschließt, auch das ist gut. Ähm, okay. Und dann bekommt das Ziel des Zaubers ein Erschwernes in Höhe der Qualitätsstufe für Proben auf Willenskraft, betören, widerstehen gegenüber der Hexe. Also sprich, auch dann ist es prinzipiell noch möglich zu sagen, ja, nee, wenn man das denn schafft. Hallo Katze. Die Katze sitzt jetzt über mir auf einem Regal und guckt, holt voll auf mich herunter. Ja. Ähm, ja. Okay, aber das ist zumindest schon mal besser als vorher. Diese Einschränkung zum Beispiel gab es nicht, nicht, dass das Ziel des Zaubers prinzipiell an Spezies und Geschlecht des Zauberes interessiert sein sollte. Ja. Ja. Jetzt liegt sie hier so an meinem Arm und ist so wie so ein, so Liquide, wisst ihr, so Katzen, die so einfach so. Ja, die wie so ein überreifer Camembert, nur dass sie nicht so stinken. Oh Gott, das ist der Fünfergleich. Hirn! Aber, es tut mir leid. Das muss ich. Nein, sie riecht sehr gut. Die riecht fantastisch bestimmt. Die riecht total fantastisch. Aber gut, bevor mein Hirn es jetzt total aufgibt, also wie gesagt, Hexen sind sowieso mehr als Lefterns Feuer. Tut mir leid, dass wir jetzt mit so einem doch recht ernsten Thema aufgehört haben, aber ich fand das wichtig. Ernst finde ich jetzt Camembert gar nicht. Nee. Also, nein, ich meinte ja auch. Ich weiß, ich weiß. Ich finde, es wird Leute geben, die denken, dass Camembert eine äußerst ernste Angelegenheit ist. Über Camembert macht man keine Späße. Nein, aber also vielen, vielen lieben Dank für alle, die bis jetzt dran geblieben sind, trotz allem, trotz Katzen, Camembert und planlose, genereller Planlosigkeit. Wir versuchen uns tatsächlich jetzt so ein bisschen im Voraus, habe ich dir noch gar nicht gesagt, Nessi, ein bisschen im Voraus zu überlegen, was wir so die nächsten Wochen machen. Das heißt, vielleicht schaffen wir es auch irgendwann mal mehr als einen Tag vorher anzukündigen, was wir heute hier eigentlich tun. Ich habe das am Rande mitbekommen, dass das der Plan ist. Okay, cool. Aber ja, ich habe gedacht, vielleicht denken wir uns für die nächsten zwei oder drei Mal einfach mal aus, was wir machen wollen, dann macht das viel einfacher. Falls ihr dieses Video auf YouTube seht, lasst uns super gerne einen Kommentar da, was ihr oder worüber ihr denkt, dass wir unbedingt drehen sollten. Wenn wir Ahnung haben, werden wir das ernsthaft in Betracht ziehen. Wenn wir überhaupt keine Ahnung haben, auch. Ach. Ach.